Herzlich Willkommen zu The Bridge Curse 2, Dextrication. Wir haben dieses Spiel, oder wir haben die Demo-Version dieses Spiels gespielt. Die ging fast eine Stunde wirklich eine lange und umfangreiche Demo und sie hat genau an so einem Cliffhanger Moment aufgehört. Dieses Spiel ist heute erst erschienen, deswegen drückt mir die Daumen, dass alles glatt läuft. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei The Bridge Curse 2 und unverzüglich Abreisen Teil 2. Viel Spaß und let's go. Wir spielen Su Lian. This film depicts a murder that took place in Wenhua University's Dao Ren building in 1960. I've got to get out of here. You are mine. Shu Yo Yi. Shu Yo Yi. Even if I die, I'll never get away from you. How? How is this possible? I... He... No. No! This building traps the souls of all who die here. Shu Yo Yi. The Hext building. September 14th. 7 o'clock. Screening Room. Be there. Or beware. Das ist der Film, den sie im ersten Teil gedreht haben, oder? Okay, können wir jetzt gehen. Okay. Hello? Mrs. Wong? Shu? Where the heck are you? I'm out in the field reporting. Oh. Wait, what? In the field? Lin was just telling me that you were refusing to be put on the entertainment beat. Ugh. I, um... No, it's not like that, Mrs. Wong. Recently, I haven't been feeling well. Perhaps I didn't make myself clear? All right, all right. So, where'd you run off to? I called you more than ten times, and it kept saying you were out of range. I just got to Wenhua University. I'm guessing the connection isn't too good up here. Wenhua? Oh, those film students and their ghost sighting video. Bingo! It's Ghost Month. Ghost Month. And with this being a creepy ghost story, I figured I could get an exclusive. Come on, Shu. There's no way the school will let you touch that with a ten-foot pole. We basically smeared them with that report on the Huang Ting Ting missing persons case. How about picking something else? No way, Mrs. Wong. That's exactly it. If I can get something, this story is gonna, like, totally go viral. Ah, fine. It gets pretty spooky up there at night. Be careful, will ya? Yep. Thanks, Mrs. Wong. Presse WASD, um das Zeichen zu bewegen. Deutsche Übersetzung wieder mal on fleek. Zum einen haben wir hier, äh, gerade den Herrn Wang am Telefon gehabt. Und jetzt pressen wir WSD, um die Zeichen zu bewegen. C zum Kauern. Schiff zum Laufen. Tab zum Hauptmenü. Q und E. Genau. Ihr erinnert euch bestimmt an die Demo. Die war, ich glaube, das ganze erste Kapitel. Aber da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt durch. Die war damals schon schlimm. Weiß ich. Oh, nice. Bisschen Geld gefunden. Kann ich's mitnehmen? Roter Umschlag. Darin befinden sich ein paar Haare und ein 100-Jahre-Schein. Auf dem Umschlag steht vier Säulen des Schicksals für einen besonderen Menschen. Abergläubische Menschen sind der Überzeugung, dass man einen roten Umschlag auf den Boden legen und darauf warten soll, dass die auserkorene Person ihn aufhebt, wenn man nach einem geeigneten Lebenspartner für einen Verstorbenen suchen will. Zack. Zack. Ich bin mit einem Geist verlobt. Nur weil ich mich nach einem Geldschein gebückt hab. Okay. Ja, nehm ich ihn jetzt oder nicht? Wohl nicht. Ich muss kurz gucken. Das ist das Menü. Schleich dich ins Gebäude. Mysteriöser Brief. Ein mysteriöser Brief, den Sue Liam bei sich trägt. Auf der Rückseite steht in krummen roten Buchstaben. Wenhua Universität, Büro des Archivars, Reporterin, hilf mir. Ich weiß, da kann ich klingeln, gell? Ja, love it. Und zack, spiele nur... Das war bei der Demo auch schon. Viktoria, Löhchen. Ein Lebenspartner für einen Verstorbenen? Ja. Die Demo war schon, stop it. Die Demo war schon so schlimm. Jetzt, das erste Kapitel hat's echt schon in sich, Leute. Schau, sie versteckt sich vor dem, ähm, Sicherheitstypen. Wir wollen da rein, weil jemand uns einen Brief geschrieben hat, dass wir helfen sollen. Ich liebe es, dass es auf Deutsch übersetzt ist und Übersetzung an sich ist immer schon auch ein Erlebnis. Ich sag nur unverzüglich abreißen. Chat, schreibt mal in den Chat, wenn ihr die Demo gesehen habt. Wer weiß schon, was jetzt passiert. Ein paar wissen Bescheid. Ich mag ihn, er ist sympathisch. Ja, gell? Wenn es ein paar von euch nicht kennen, dann verraten wir nämlich jetzt nicht, was wir schon wissen. Okay, dann verraten wir nicht, was wir schon von der Demo wissen. Ein Werbeposter für einen vom Filmclub aufgenommenen Horrorfilm. Der Film handelt von dem Daren-Mord, der vor vielen Jahren auf dem Campus stattfand. Der Trailer ging aufgrund einer scheinbaren Geistersichtung, die von der Kamera festgehalten wurde, viral. Dies entfachte im Internet hitzige Diskussionen darüber, ob es sich um einen Spezialeffekt handelte oder um Aufrufe zu generieren. Und das war der erste Teil des Spiels. Das war die Geschichte, wo wir von den Filmstudenten gespielt haben. Aufgrund der schlechten Beleuchtung und der damit verbundenen Sicherheitsrisiken ist der Aufenthalt im oder rund um das Daren-Gebäude nach Mitternacht strengstens untersagt. Zu dieser Zeit werden die Türen verschlossen. Bitte verlassen Sie das Gebäude rechtzeitig. Warte hin. Drücke zum Öffnen des Inventarbildschirms T? Jetzt habe ich schon wieder nicht schnell genug gelesen. Man muss so fix sein. Was? Den Brief? Wer ist das? Das Buch. Es war so, so schwierig, zu dir zu kommen. Wundervoll. 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 Die Wenhua Lobby schreibt Chen Ting. Dieses Video, das der Filmclub rausgebracht hat, ist explosiv. Gibt es wirklich so viele Geistgeschichten über Wenhua? Selbst die Hunde sind Geister. Ich mache keine Witze, Duckface. Ich habe ihn gesehen, als ich die Strecke gerannt bin. Es ist sogar mit mir gelaufen. Bist du okay? Ich habe gehört, du wurdest an die Front geschickt. Bobby schreibt uns. Wir schreiben, Ich bin in Ordnung. Danke der Nachfrage. Moderator zu sein ist nicht einfach. Es gibt viele talentierte junge Reporter, die dafür töten würden. Ich fang... Ich fang gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da, oder? Ich muss so schnell einer heißen Spur folgen. Nur zu kann, kann man warten, zu sehen, was du hast. Der Vater. Vater schreibt, Du kommst heute Nacht nicht nach Hause? Ja, ich muss Nachforschungen zu einem Fall anstellen. Richtest Mama aus. Bist du denn jetzt nicht für die Unterhaltung zuständig? Wieso musst du da Nachforschungen anstellen? Du weißt, dass sich deine Mutter wirklich Sorgen um dich gemacht hat, als du Fällen nachgejagt bist. Du solltest wirklich einfach kündigen. Bewirb dich um eine Regierungsstelle. Das bedeutet ein stabiles Einkommen und gute Arbeit. Glaub mir. Ich rede um den Brei. Papa, das Signal hier ist nicht sonderlich gut. Ich muss an die Arbeit. Ruhe dich aus. Gute Nacht. Okay, lass uns zumindest wissen, wenn du heute Nacht fertig bist. Hab dich lieb. Süße. Ah, ich ruf an jetzt? Okay. Okay. Also ich soll Tee. Oh, mit Q. 180 Grad Drehung. Gar nicht mein Fall. Das geht mir zu schnell. Ding Dong. Einfach voll vor die Kamera gelaufen. So viel zu. Wir wollten mich ja bewusst stellen. Ich fahre mal ins Erdgeschoss, glaube ich. Ich erinnere mich. Ah. Kann ich da durch? Ich glaube, ich habe ein Eis stehen sehen. Einmal mit Brathähnchen. Und da sitzt was drin? Ein kleines... Was? Skelett-Spielzeug-Oga? Eine limitierte Actionfigur aus einer Kooperation mit einer Brathähnchenkette erhältlich während des Geisterwohners. Als friedliebende Krieger der Schädeltruppe gelingt es ihm, trotz fehlender Wangen und Lippen eine Schnute zu ziehen und zu posieren. Dieser Skelett-Soldat glaubt fest daran, dass Liebe und Frieden alles besiegen können. Er fragt sich, warum man sich eine Welt von Flammen entscheiden sollte, wenn sie stattdessen voll blühender Blumen sein könnte. Alles klar. Eine Sammlung. Das war wichtig, Leute. Aber ich finde den auch süß. Den würde ich mir wahrscheinlich ins Auto hängen. Ja, genau. Und hier... Unbekannte Überbleibsel. Überbleibsel? Das ist schon ein deutsches Wort, was sie dann können. Einige unbekannte Überbleibsel, die in der Cafeteria zurückgelassen wurden. Woher zur Hölle stammen diese Knochen? Ja. Okay. Ein Seahorse-Coffee haben sie auch? Komm, geh ich doch mal da rein, wenn man mir schon so nett versucht hat, aufzumachen. Nein. Okay, cool. Okay, cool. Dann... Oh, wo soll ich hin? Schleich dich ins Gebäude. Das ist bereits erfolgt. Nur um sicher zu gehen. Wut ziehen an. Der Schlüssel zum Büro des Archivars im Raum des Militärausbilders. Richtig. Der Schlüssel zum Büro des Archivars ist im Raum des Militärausbilders. Ist es dir also ernst? Boah, oh mein Gott. Wut sie so, oh mein Gott. Verdammt Bild. Danke für deine Hilfe, ohne viele Fragen zu stellen. Der Artikel lautet dringend, gute Bezahlung, Teilzeitstelle. Sieht definitiv nach Betrug aus. Ich untersuche einen Fall. Konnte die Details nicht wirklich besprechen. Danke nochmal für die Hilfe. Wie vereinbart arrangiere ich ein Print-Interview mit dem Filmclub. Okay, okay, danke. Der Wut sie hat uns geholfen, da reinzukommen. Begib dich zum Büro des Militärausbilders in 1. Stock. Darrennführer. Eine Broschüre für neue Studenten mit einer 2D-Karte des Darrenngebäudes. Wirf einen Blick hinein, falls du dich verläufst. Perfekt. Perfekt. Wir sind in 1F. Parkhaus. Cafeteria. Das sind wir im Aufzug raus. Büro des Militärausbilders. Dahin. Öffne die Karte mit M. Okay, C zum Kauern. Okay, okay. Okay, okay. Und jetzt geht's der Tech-Sektor. Die long-established video-game company Softstar Entertainment announced yesterday that it plans on releasing several titles next year. They plan to focus on the development of single-player games, set to launch on global platforms in the future. Merkt der nicht, dass es kaputt ist, gell? Schläft der schon wieder im Sitzen? Denkbar schlechter Zeitpunkt, jetzt vorbeizugehen. Nee, wir haben die Demo gespielt und das ist jetzt das volle Game, ist heute erschienen. Die Demo war das ganze erste Kapitel. Ja. Achtung, Geister hören nicht nur Geräusche, die du machst, wenn du dich bewegst, sie hören auch Geräusche von Gegenständen, gegen die du stößt. Ah! Ah, ah, ah! Ah! Oh, ich hab' ich gespielt! Ja! Ah! Tunt immer, im Moment der Zeitpunkt, ja, noch wunderschön. Ah, ich bin auch der. Es wird dich überschliere genesend. mit dem. Er schaut sich grad die... Er schaut sich grad das Poster an. Geh weiter! Geh weiter! Eines der Lieblingspaar Schuhe von Surgeon Tuang. Weicher und beständiger als herkömmliche Schuhe aus steifem Leder und hat da seine erste Wahl, wenn er frei hat. Er meint den Dude. Beste Stelle. Oh Stacy. 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 Okay, bitte geh deine große Runde. Ich glaube, ich habe es. Am Schluss einfach rennen, Leute. Oha. Oha. Kann ich eigentlich speichern? Nee. Glaubt ihr, es hat gerade gespeichert, weil da oben so dieses Dingens-Dings war? So, ich habe den Schlüssel. Begebe dich zum Büro. Im ersten Stock. Da rein. Genau, und hier ist aber zu. Deswegen müssen wir doch irgendwie... ...darüber rein, gell? War da nicht was? Computerraum A. Uh. Ein hochleistungsfähige, zentrale Verarbeitungseinheit, die nicht viel Geld kostet. Für wenig Geld kann man schon eine Einheit mit hoher Effizienz kaufen. Außerdem verfügt er bei einer großartigen Übertaktung... Wen juckt's? Schade. Warum haben die hier Werbung? Ich glaube es nicht. Okay, wohl nichts für uns. So, dann kann ich hier wieder runter. So, dann kann ich hier wieder runter. Ja, ja, ich erinnere mich. Schrecke öffnen, Spiel 10 von 10. Nice. Wichtigste Voraussetzungen bereits erfüllt. Büro des Archivars. Ah, das Rätsel. Ich erinnere mich. Also, das ist ein Rätsel, weil nicht wie es ging. Klassifizierter Ordner. Nach Untersuchungen des Fall Huan Ting Ting. An dem Tag, an dem die Studentin verschwand, arbeiteten wir mit der Polizei zusammen und zeigten ihr die Überwachungsvideos vom Haupteingang. Wir bestätigten, dass sie den Campus nicht verlassen hatte. Huan Ting Ting wohnte nicht in einem der Studentenwohnheime. Sie nahm üblicherweise einen Bus oder ein Taxi, um den Berg zu verlassen und nach Hause zu fahren. Aussagen von Studenten zufolge wurde sie zuletzt im Daren-Gebäude gesehen. Nochmal, es ist das Daren-Gebäude, genau wie der Vorfall im Fachbereich Tanz, der sich zehn Jahre zuvor ereignet hat. Die Wache entdeckte etwas Seltsames auf dem Überwachungsband des Aufzugs. Nach Benachrichtigung der Vorgesetzten hielten sie eine geheime Besprechung ab und entschieden der Polizei nur die erste Hälfte zu übergeben. Alle vereinbarten, dass es der Sache nicht dienlich wäre, der Polizei das Masterband zu geben. Es war ja... Wir werden bestimmt noch mehr über die Geschichte rausfinden. Ich weiß nicht, ob wir bei der Demo schon mehr über das Thema wussten. Geist in das verhexte Gebäude. Es scheint wieder schaurig zu werden auf dem Campus. Ich bin Erstsemester der Wenhua. Totaler Neuling, ich weiß. Hörte, Wenhua sei auf der Grenze zwischen ein paar Yin- und Yang-Gebieten errichtet. Also, Wenhua ist die Universität hier, gell? Ist auf einer Grenze zwischen ein paar Yin- und Yang-Gebieten errichtet. Scheint also böse Geister und sowas anzulocken. Das Da-Ren-Gebäude sollte in Übereinstimmung mit den acht Trigrammen errichtet werden. Aber sie haben es vermasselt und diese falsch angeordnet. Also ist nix mit Feng Shui und nun sind überall dunkle Geister. Das ganze Ding ist verflucht. Und es gibt seit längerem Getuschel wegen des Aufzugs. Manche sagen, er kann dich ins Stockwerk B3 bringen, was es gar nicht gibt. Aber das sind wohl nur Gerüchte. Hat sonst noch niemand, der schon längere Zeit hier ist, ein paar Geistergeschichten oder dergleichen auf Lager? Dann antworten welche Trottel und die wahnsinnige Ballerina. Katzengeist fährt den Bus Feuerapfel. Allgemeine Wahlfächer, für die man sich nicht anmelden kann. So waren... Achso. Im Hedis ist da die Seite. Leere Musikräume. Geh dort mitten in der Nacht hin und bereite dich darauf vor, dass die vor Angst, die Hose zu machen. Studierender, der gerade seinen Abschluss gemacht hat, sagt, er habe die kopflose Gemahlin gesehen. Wie kann man das vermasseln? Die wahnsinnige Batterie da... Achso, so hießen die... Jüngste Nachricht. Jüngste Nachrichten über die Daren Video Gerüchte. Liebe Freunde und Studenten, online machen bizarre Gerüchte rund um das Erscheinen von Geistern im Aufzug des Daren Gebäudes die Runde. Daren ist die Universität. Oder? Damit Außenstehende das Campusleben nicht stören, seid bitte besonders vorsichtig und achtsam, wenn ihr irgendwas oder irgendwen im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit begegnet. Wenn euch ein Pressevertreter diesbezüglich kontaktiert, antwortet nicht. Lasst euch nicht auf ein Gespräch ein. Es beginnt bei uns diesen lächerlichen Gerüchten ein Ende zu setzen. Das heißt, sie wollen Leute wie mich nicht da haben, die da rumschnüffeln. Hinweis des Militärausbilders. Freunde und Studierende, nächtliches Herumlungern auf dem Campus ist verboten. Denkt daran, euren Beitrag zum Energiesparen zu leisten. Achtet darauf vor Verlassen, alle elektrischen Geräte auszuschalten. Vielen Dank und tschüss. Eine transparente Tafel mit einigen geometrischen Mustern. Scheint so, als gäbe es mehrere davon. Es ähnelt zu dem Gemälde an der Wand. Vielleicht sind sie irgendwie miteinander verbunden. Ja, die müssen wir jetzt einsammeln, die Teilchen, weil da müssen wir sie in das Ding stopfen. Ich glaube, wir brauchen drei oder vier Teile. Dann dürfen wir kurz Schieberätseln. Ja, wo sind sie denn? Genau, wir brauchen einen Zahlencode. Gelb, rot, grün, blau. Da haben wir noch eins. Vielleicht brauchen wir auch nur zwei. Das könnte sein. Ah, ja. Also sieben, neun, äh sieben, kann, warte. Kann ich's, ich kann's aber nicht mehr wegnehmen. Ne, dann ist es schon richtig, aber ich kann's auch andersrum. Sieben, neun, neun, sechs, aber nicht in der Reihenfolge, weil gelb, sieben, neun, neun, sechs, aber es war gelb, rot, grün, blau, gelb, rot, grün, blau, 0, sieben, neun, sechs. Das Masterband. Ich kann nicht glauben, dass es noch hier ist. Wo zum Teufel kann ich dieses Ding abspielen? Uuuuuhh Ah! Oh, komm mal, jetzt! Ich bin nicht so dumm, bin ich? Das war nicht so dumm, Frischmann. Sind Sie okay? Oh, nein. Ich bin vielleicht ein bisschen älter. Oh. Oh, du hast verloren. Zulianne, ich bin ein Reporter für United News. Welch, was du wissen? Du bist der Anker von der TV, nicht wahr? Ich erzähle dir was, die Schreie ist nicht richtig. Ja. Um... Anyway, ich bin hier für einige Studenten. Oh. This late? Um... Ja. Sie müssen oder so sein. Mal sehen, ob ich sie kann. Hm. Hm. Hi. I'm sorry, but the person you called is not available. Please leave your message after the tone. Not picking up? Hm. Wait. How can they just leave you hanging like that? Tja. Sorry. Looks like he's busy at the moment. But... Hey, Sarge. Can I interview you instead? Oh. No. No, 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 no. It can be about anything. The campus, the school's history. Hm. My boss wants me to do a report on Wenhua. Or maybe you could, like, tell me a story or something? Oh. I gotcha. Can't go back empty-handed, huh? Uh... Oh, lucky you. I've got so many stories that I... Um... Mm-hmm. Well, you came to the right guy. I know everything there is to know about Wenhua University. Ah. Hey. But I'd feel like a damn fool standing around blabbing my head off. Let's go to the cafeteria. What do you say? I'll be more comf- What the hell was that? Hm. Sounded like something fell down and slammed into the floor. Yeah, yeah. Let me go make sure everything's okay. Hi, Simone. You. Just wait here. Be back in a few. Is einfach von der Tür daraus stehen geblieben. Oh. Oh. That was close. Steck's ein und lauf. Das war laut. Ich schau besser mal nach. Begib dich zur B1-Kafeteria. Haben wir das Spiel nicht schon mal gespielt? Das... Wir haben die Demo gespielt. Und das ist jetzt heute das Hauptgame. Das ist heute erst rausgekommen. Und wir müssen natürlich wieder von vorne anfangen. Und deswegen... Das allererste Kapitel war die komplette Demo. Also... Deswegen spielen wir jetzt einfach mal schon mal weiter. Oder spielen wir schon mal die... Dieses erste Kapitel auf alle Fälle mal durch. Dass wir bis... Zum gleichen Stand sind, wo wir bei der Demo waren. Und dann am Samstag auf alle Fälle fertig. Oder weiter. Es hat, glaube ich... Mehr Spieldauer, als wir denken. Aber viele... Oder ein paar... Ich weiß nicht. Also es haben nur ein paar geschrieben, dass sie die Demo kennen. Das heißt, wir haben auch welche hier, die sie nicht kennen. Deswegen... Äh... Nix verraten. Genial. Ich freue mich drauf. Die Demo war schon so krass, gell? Deswegen... Wir verraten jetzt für die, die die Demo nicht kennen, nicht, was hier noch passiert. Oder nur, dass sie krass ist. Okay. Mhm. Mhm. Ich finde es cool, dass ihr es erkennt. So. B1. Cafeteria. Wir fahren natürlich Aufzug. Weil es so schön creepy ist. Das andere ist vorbei. Ja. Was passiert, Buddy? Du bist okay? Du brauchst etwas Hilfe? Sue! Was in der Hölle der Hölle machst du hier? Na, es ist nichts. Ich will es sichern. Ah. Ah! Wie ist das? Ich habe gerade einen Drink bekommen. Du willst einen? Sure! Whatever funktioniert. Okay. 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 Komm schon, jetzt. Komm schon. Er hat sich doch nichts geholt, gell? Oder was möchtest du wissen? Wenn es mit Wenhua zu tun hat, dann weiß ich wahrscheinlich über das. Frage weg! Ähm... What do you know about the Huang Ting Ting missing persons case? Huang Ting Ting. Huang Ting Ting? Hmm. Her. Oh. Yeah. What a shame. She was a good kid. Did you know her? Yeah. You could say that. But didn't she end up dead? A body was never found. So... The police just left it as a missing persons case. Hmm. I see. But after all these years, I'm assuming that she... Yeah, yeah. I figured the same. Hey. How'd you get that video? It's all over the internet. You haven't seen it? Hm. Hm. I'm not too good with computers. And now they've got those tables, tablets... I don't use that stuff. Hey. Wait. Why'd you ask about that girl? Actually, I did a special report on the Huang Ting Ting case a while back. Seeing that elevator again made me think of her. You seem to know so much about the place. I figured I'd ask. Hmm. True, true. I've spent so much time up here alone. It's amazing how fast time passes. Must be tough having to stay up here so late. Nah. It's not like I've got anywhere else to go. Hm. You get used to it. You... Um... Don't get along with your wife? She passed away a long time ago. From an accident. Oh. Oh. Sorry. Ah, it's fine. Lucky here. Such a beautiful nurse. Do you know how long it took me to win her over? She really is gorgeous. She ran the nurse's office here. Bunch of brainless bozos back then. Students would go see the nurse for a damn paper cut. If it wasn't for what happened. Sorry. Don't worry about it. Listen to me, Hav. Blabbing on about myself. Pretty boring, huh? Oh, not at all. I just love that you're willing to talk to me. It's been a long time since I've had someone to chat with. Thanks. You rest here a while. I'll take you to the school history room whenever you're ready. Lass mich nicht alleine. Thanks. Ich wünschte, er würde nicht gehen. Sag dem Surgeon, dass du zum Schulgeschichtsraum gehen willst. Vitamin Getränk. Eine zeitlose, süchtig wachende, klassische Blume. Seit Jahrzehnten ein Bestseller. Geil, erstmal eingesackt. Und da hat er vorhin so weggeschoben mit dem Fuß so, gell? Okay, hab's gesehen. Okay, hab's gesehen. Ein paar unbekannte Überrasse, die in einem Topf gestoppt und zwischen dem Fleisch versteckt wurden. Wer zur Hölle hat die da hingetan? Die waren doch vorher noch am Boden. Er hat die bestimmt da reingepackt. Damit ich's nicht sehe. Ja, okay. Dann gehen wir mal. Ja. Ich glaub schon. Wüsste nicht, was ich sonst so will hier. Let's go. Get some exercise. Get some exercise. Ach stimmt, da war ein Hündchen. Nein. Das ist der Professor. Schon knapp daneben. Okay, cool. Witzig. Muss ich da... Soll ich irgendwie... Lass ich da rein? Nein. Wär zu cool gewesen. Warte auf mich. Lass mich dich erleiden. Hä? Da war grad noch keine Schale gestanden. Ich kann dem Hund das Getränk geben? Äh, da wird er sich bestimmt freuen. Hä? Und er hat mir stattdessen Hundefutter gegeben? Du musst die Dose nicht mal öffnen, um das Fleisch riechen zu können. Scheiße, sagt sie. Shit. Warum tausche ich mit dem Hund, was zu trinken, gegen Hundefutter? Jetzt hab ich das Hundefutter und er die Coke. Cool. Okay, wild. Ich hab jetzt Hundefutter. Glaub ich. Nee? Nee, hab ich nicht. Ach, das war jetzt ein Sammlungsgegenstück. Verstehe. Ach, Fanny, okay. Da steht er. So nett wie er ist, hätte ich vorhin gar nicht schleichen brauchen, gell? So, ich bin da. Gar nix. War gestern das erste Mal. Oh, wie schön. Simone, wo ist der denn? Muss ja auch mal reinschauen. Ist der denn nix? Schau, mit dem ist es leichter. Der macht einfach die Rolltore auf. Der Schulgründer. Ja, ich bin nicht lieber. Ich bin ein Mann. Aber seine Augen haben ihn wirklich schrecklich gemacht. Hä? 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 Äh, nichts. Der Junge hat Gläser. Das ist alles. Okay. Okay. Genau, jetzt sehen wir mit ihm hier die ganzen Sachen an. Das Gebäude wurde von einem ausgewanderten Architekten entworfen. Im Laufe der Jahre hat es aufgrund seines herausragenden architektonischen Stils unzählige Auszeichnungen gewonnen. Okay, danke. Ist das der Hund, die? Maskottchen, Pudi. Pudi wurde eines Nachts am Eingang der Schule gefunden, nachdem er mutig einen Dieb gestellt hat, der das Hab und Gut einiger Studenten gestohlen hat. Aufgrund seiner heroischen Tat wurde er Pudi getauft und zum offiziellen Maskottchen der Schule. Aufgrund seines großen Appetits war Pudi oft in der Nähe der Cafeteria anzutreffen, wo er gespannt aufs Essen der Schüler beäugte. Allerdings hegte er einen Groll, wenn er nicht gefüttert wurde, und manipulierte Studierende gerne, um Leckerchen zu bekommen. Wegen seines Macht-Hungers kämpfte Pudi gelegentlich gegen seinen Erzfeind, die schwarze Katze auf dem Campus. Nach einer Niederlage saß er immer vor dem Büro des Militärausbilders und jaulte. Sergeant Huang bemühte sich häufig darum, die pelzigen Freunde der Schule zu versöhnen. Pudi wurde respektvoll als Professor bezeichnet, da seine Karriere an der Uni früher begann als die der meisten anderen. Pudi starb im Jahr 1972. Okay. Und Sergeant Huang gab's damals schon. Süßi. Da steht schon ein Sterbedatum vom Hund. Genau, den, den wir gerade gefüttert haben. Wollte ich auch mal gesagt haben. 14.08.59. Fertigstellung des Darrenn-Gebäudes Schulgründer. Xu posiert gemeinsam mit dem Vorstand. Das im Jahr 1959 errichtete Darrenn-Gebäude wurde nach den Idealen von Ausdauer und Tappbarkeit in der Hoffnung, dass Studenten diese Prinzipien kultivieren und in ihren Charakter einfließen lassen. Die Wenhuhr-Universität besteht aus vier Hauptschulen und erstreckt sich auf einer Fläche von insgesamt etwa 67 Hektar. Durch die Lage in den Bergen ist die Aussicht atemberaubend und die Luft frisch und klar. Dies trägt dazu bei, die Weltanschauung und die moralischen Charakter der Studenten zu kultivieren. Ja, ist bestimmt schön. Okay, ich glaube, dann habe ich das Wichtigste gesehen. Darum brauchte das Hundefutter nicht mehr, oh Gott, ja. Oh Gott. Ich denke, das ist das Wichtigste. Nein, das ist eine Fotos. Ich denke, das ist eine Fotos. Ja, das ist ein Wasser. Wie gesagt, du kannst, ja, du kannst du Bilder, aber bitte sicher nicht zu nehmen. Ah, Angst? Ja. Ich bin sehr beeinfosvoller Physik. Zeke, ich will nicht deine Kamera zu explodieren. Okay, ich will sicher, dass du nicht in eine. Es sollte die bösen Geister vertreiben. Sie wurden bewusst vertauscht, die Yin und Yang zeigen. Es wurde nicht vermaßtet, sondern absichtlich gemacht. Bewusst, der Architekt hat bewusst davon gefrischt. Ich bin mit den Bildern. True. Ah, über die rumors von diesem Ort zu verhauen. Du hast hier schon seit ein paar Zeit, so... Du hast bestimmt gesehen, ein Ghost oder zwei, oder? Ghosts, eh? Mhm. Ja, aber es war sicher nicht nur ein oder zwei. Hm, wie ich das pute? Wait, Ghosts und Spirits. Du kannst nicht darüber sprechen, in deinem Report, kann du? Um, well... Wow, es ist bereits 11.34 Uhr. All righty, right. Es ist Zeit, um zu gehen. Du mindst, wenn ich ein paar Fotos noch mehr von der Elevator? No, no, no. Es ist Zeit, zu gehen. Apollosies. Again? Was ist die Date? August 21st? Und bald wird 22nd. No, wunderschön. Don't mind mich. Do whatever you need to do. Oder vielleicht kann ich helfen? No! Hey, und nicht zu gehen, es ist Zeit. Achte drauf vor, Middarnacht zu verschwinden. Ich weiß, es ist... Noch 20 Minuten. Ob ich das Video in der Überwachungsdinge abschauen kann. Es ist halt wirklich so, einem wurde immer eingebläut, dass um 0 Uhr die Geisterstunde ist und alles Schlechte passiert immer um 0 Uhr. Ich weiß nicht, geht es euch auch so, dass 0 Uhr... Also es hat wirklich eine ganz merkwürdige... Es ist immer ein ganz merkwürdiges Gefühl dabei. Wenn ich auf die Uhr schaue und es ist Punkt 0 Uhr, dann ist mir immer ein bisschen Lauf. Da drin. Da ist der Filmraum. Jetzt schauen wir uns das Video an. Bei dir 3 Uhr? Absolut. Obwohl man erwachsen ist und weiß, dass es nicht ist. Und dieses Video, schaut euch das mal an. Es gibt ja einen echten Fall von einem Mädchen. Schaut euch mal die Doku an oder googelt mal Cecil Hotel. Sie hat sich genau so in echt verhalten. Es gibt ein echtes Videomaterial von einem Mädchen, von einer Asiatin, die in Amerika sich so in einem Aufzug verhalten hat. Elisa Lam, ja. Man hat dann zwar mehr oder weniger rausfinden können, vermutlich, was mit ihr passiert ist. Aber dieses Verhalten, was sie da an den Tag legt, ist von diesem Fall. Jetzt ist sie wieder mit einer Lampe da. 6.07.2000, 0 Uhr. Ah. 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 Wie in dem Film, ja. Wie in dem Filmtrailer. Jetzt ist es... Nimm die Öllaterne unter die Lupe. Ganz schön neblig geworden, gell? Jetzt ist 0 Uhr, ich sag's euch. Schieberätseln. Schieberätseln. Nebär. Nebär. Ich sag's euch. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's. Ah! Das war's. Wie wieder an dem gleichen Problem. Das muss da rüber. Ja, okay. Hm. There's nowhere to turn it on. Oh, come on. Help me. Help me. Wo-ha! W-what? W-what the fuck? Ja? Wokens out. Nothing. I don't want anything to find. Can we just go on? The Animal Laterne. I wonder... Halte zur Erkundung mit der Laterne die Space-Taste gedrückt. Folge den Hinweisen auf der Suche nach interessanten Gegenständen. Richte die Laterne auf die Mitte, um mögliche versteckte Dinge und Bilder zu offenbaren. So wie hier vielleicht. Oh man Leute, jetzt geht's los, ey. Jetzt geht's los. Die Laterne zittert. Ich höre sie schon heulen. Ja, ich krieg da mal durch. Hat er gelogen? Er lügt. Hilfe, nabends Gaudi. Böses Ski vertreiben. Sie waren auch auf der Vitrine. Nein. Bestimmt nicht. Jetzt fährt's uns in B3, wetten. Ja, wir hätten draußen sein sollen. Flory. Komm, ja komm. Ja, ich hab auch Schiss. Ich hab auch Schiss. Wie wär's mit dem Emergency? Stuck inside the elevator! Es ist Midnight. Was in heaven's name are you still doing here? What's your name? Juan-Tin-Tin. Help. Bitte, bitte, schnell. Es gibt ein Geist. Sie will mich essen. Aber es gibt blood. Es gibt überall血. Ich werde sterben. Sie wird mich tönt. Sie ist... ...brennend. Ich weiß, warum ich nie in den Fahrstuhl steige, Sam. Ihr Hals ist gebrochen. Sie will mich essen. Wir sind in der Cafeteria. Bist du okay? Bist du okay? Wäre mir echt egal. Ich würde laufen. Bist du okay? Was ist das? Nein! 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 So, Laterne zum Schutz. Wenn die Symbole an der Laterne vollständig geladen sind. vor Aufleuchten schützt sie den Träger vor einem tödlichen Geisterangriff. Anschließend muss die Energie vollständig aufgeladen werden, bevor ein weiterer Angriff abgewehrt werden kann. Okay. Die Laterne ist hinter meiner Facecam. Lass mich mal kurz gucken, ob man einigermaßen was sieht. Ich mach mich mal ein bisschen kleiner, damit ihr es besser sehen könnt vielleicht. Die komische... Hi! Ich grüße dich nach alles, wird lange nicht gesehen. Siehst gut aus. Stop it! Okay, kommt. Was muss ich tun? Was? Hau drauf! Ähm... Hä? Eier! Jetzt lauf, girl! Sie lässt sich dann hier vorbei! Scheiße! Hä? Hä? Wo muss ich hin? Ich kam nicht an die vorbei. Wo muss... Wo kann ich denn hin? Wo? Wo? Wo... Ich habe erst eins. Lobby, nein, jetzt nicht. Da ging es nicht lang, da ging es nicht lang, das ist nicht richtig, Flori bitte, Flori bitte. Ach, Scouti. Scouti, danke schön für die Donation. Oh, jetzt kriegt mich die Alte gleich. Flori bitte. Moment, ich muss kurz laufen, Moment. Nein, 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 ich muss mich so lange verstecken, dass meine Laterne wieder geladen ist, damit ich dieses Dings da wegmachen kann. Ich kann sie damit irgendwie kurz aufhalten, glaube ich. Oh, nee, auch nicht. Okay, und jetzt muss ich irgendwie... Okay, meine Laterne hat es gleich. Scouti, danke schön für die verschenkte Sub an Ivy. Scouti. Danke schön für die. Dankeschön wir den Verschäcknis ab an Marco und Janine auch. Knutches geht raus, danke. Schickst du sie alle ins Abo? Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich hab da glaube ich vorhin was am Boden Liegendes irgendwie verpasst, aber ist auch egal. Das ist mit meiner Lampe ja. Okay, die ist voll. Ich kann mich einmal von ihr erwischen lassen. Ich glaube es hat er jetzt gerade gespeichert. Nein! Verbrenn! Nein! Äh zu 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 zu. Hu 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 hu. Danke. Danke. Nein, wir fahren im B3. Das war knapp die Erfolg. Jetzt den Arm draussen gehabt, Vera. Das war die Hörlöge von. 1960 Darennmord. Im Jahr 1960 geschah ein Mord auf dem Campus der Wenhua Universität und das Opfer war niemand geringeres als die Tochter des Schulgründers. Der Täter war der für das Design des neuen Darenn-Gebäudes zuständige Architekt. Dieser Vorfall wurde als der Darennmord 1960 bekannt. Und nun bereitet eine Gruppe von Studierenden im Filmclub dieses Stück Universitätsgeschichte in einem Horrorfilm auf. Untertitelung des ZDF, 2020 Now we're not even gonna shoot it? Definitely not director material. Maybe you just do the marketing, Rich. Aww, but in America... Look. Ugh, whatever. Whatcha watching? I just... I mean... It's nothing. Oh, someone's a wittle scaredy cat. Why the hell would you agree to shoot a horror film? Yo, nah! You know how long I was in the States? We don't believe that shit like you guys. I'm worried about Doc. That's all. I mean, look how freaked out he got after seeing those ghost hands. I was like, fucking hell yeah! Dude, how cool was that? So glad the gods told me to join you guys. Gods? What the hell are you talking about? He said he dreamed about joining the club or whatever. So... Did the dream like tell you if we were gonna finish the film? Uh... Let me ask my mustache. Oh, weia. Who knows, Tots? Ach, das ist der Wuzi. Well, Dickhead, are we doing this or not? How long have we been working on this thing? Uh... Let's... Let's do it! That viral trailer. With that interview. Cha-ching! Huh? Interview? Interview? Er hat uns da reingeholfen. Chill, chill. It was free. Got an interview out of it. That anchor from the news. The luscious... Su-ya! Noice, eh? Oh? Ha, she's so hot, dude. Oh, oh, oh. If we're gonna do this, we need to do it right. This thing needs to be perfect. Got it? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, so we've got about two weeks until the first screening. We've gotta shoot, edit, and do post-production. Set the prep work done for shooting before 11, okay? Mr. Director, sir? Okay. I'm gonna make the diagram. Once I'm done, we'll start the meeting. Where's the positioning diagram? And the figurines? I think one's in the storage room. And the school newsletter took another for an interview. Got it. Thanks. Er ist der Dude, der... ...die Reporterin, der ihr geholfen hat, da hinten reinzukommen. Looks pretty damn good, right? Okay, okay. Was ist mein Auftrag? Aufstellungsdiagramm abschließen. Ich hab ein blaues Amulett. Wieso ist das auf Englisch? Okay. Okay, wird schon passen. Ich schau' mich mal kurz um. Vorschlag für das verhexte Gebäude. Geschrieben von Richie Chant, also von uns. Regie, bla bla. Drehbuchautor, Editor. Ziel für den Jahrmarkt des Horrors filmt der Filmclub eine Adaption des Starrennmordes 1960 an der Wenhoa-Universität mit dem Ziel, neue Studenten für den Club zu gewinnen. Wir hoffen auf über fünf Schüler im Club. Kosten-Spendensammlung. Aber zu riskant. Wir denken, wir sollten am besten weise haushalten und uns auf Effektivität fokussieren. Kosten bereits abgedeckt. Root Quartet. Hallöchen, danke schön für deinen Follow. Herzlich willkommen zum Feierabend. Schön, dass du reinschaust. Zusätzliche Hinweise. Trailer drehen, der als Werbevideo und Konzeptbeleg dient. Dann veröffentlichen und schauen, wie er ankommt. Ton und Methode des Drehs werden bereits entschieden. Hä, was für eine strange Musik. Was ist an dem Ding so schlimm? Irgendwas? Elf Uhr? Der Escape funktioniert nicht. Ah. Ich hab's gelöscht. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's kaputt gemacht. Ah, jetzt ja. Okay. Quatsch ich sie auch mal an? Hi. Yo, Direktor. Yo. Go get that positioning diagram ready. Bereite dieses Aufstellungsdiagramm vor. Aufstellungsdiagramm abschließen. Was hat sie gesagt, wo es ist? Hat sie was gesagt, wo es ist? Sie hat's gesagt. Ich hab ihr nicht zugehört. Okay, wir gehen einfach suchen. Was ist das denn? Hört ihr das auch? Ist euch das Spiel laut genug? Ich hör irgendwas klirren. Ja? Ist okay. Gut. Gut. Ist aber auch gruselig, nachts in der Schule zu sein. Ist ob es nicht schon schlimm genug wäre, tagsüber da drin sein zu müssen. Warum muss man auch noch nachts freiwillig da drin sein? Ha. Hier zieht's aber. Ah. 1960. Der Daren-Mord. Ein Nachrichtenbericht aus der Zeit des Daren-Mords ist 1960 von den Verwalttern des Schulnewsletters streng geheim gehalten und eins von der Ausleihe ausgeschlossen. Der Daren-Mord. Die Tochter von Xiu, des Schulgründers, ist tot. Ausgewanderte Architekt Jan Shui Wen nach dem Mord verschwunden. Ein kürzlich aus Liebe auf dem Campus der Wenhuam Universität begangener Mord hat die Menschen in Schock versetzt. Der für das Design des neuen Daren-Gebäudes verantwortliche Architekt wird, verdächtigt sich auf dem Parkplatz emotional mit der Tochter des Schulgründers gestritten zu haben, woraufhin er sie mit einer Schaufel ermordete und dann floh. Sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Die Polizei ermittelt aktiv und verfolgt den verdächtigen offiziellen Quellen. Zufolge wurde noch eine weitere Person tot am Tatort gefunden. Das war das, was wir gesehen haben in dieser Vorschau. Das ist, ähm, irgendjemandem ist es gezeigt worden, dass dieser... Der, genau, der Architekt war das, dass der das Mädchen mit der Schaufel niedergestreckt hat. Aber die haben doch da irgendwas gesagt, so von wegen, ich, ich, ich werde... Irgendeinen Liebestext haben sie sich gegeben. Ich weiß nicht mehr genau, welcher. Tagsüber sind Kinder da. Hallo Senna, du läufst mit mir auf dem TV, musst nebenbei ein paar Sachen erledigen, deswegen heute im Chat wieder... Dankeschön. Dankeschön für den Lörky. Ich glaube, der Mord aus dem ersten Teil war ja was anderes. Das war ja dieser Brückenfluch. Wieso kann ich nicht nehmen? Du besitzt diese Figur nicht. Ich kann eine Figur da reinstoppen. Okay, cool. Soll ich hier nicht was holen? Ups. Was ist das denn? Bin ich das jedes Mal, der dagegen in den Stuhl läuft? Okay, tatsächlich. Eigene Dummheit. Das schaffe ich übrigens selbst im Real Life auch. Wenn ich allein zu Hause bin, dann schaffe ich es, so saudumm irgendwo dagegen zu stoßen oder irgendwas so hinzustellen, dass es dann runterfällt. Und dann erschrecke ich mich dauernd selbst, weil mir so ein Blödsinn widerfährt. Und dann denke ich mir, du bist so dumm. Hättest halt ein bisschen, ein bisschen mehr nachgedacht. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, Leute. Girl. Ach Gott. Soll ich hier die... Ähm... Die Figur von Ksu-Yo-Hee. Eine Pappmaché-Figur zur Bestätigung der Bewegung des Schauspielers beim Film. Verwendung in Kombination mit einem Ausstellungsdiagramm aus Pappe. Die repräsentierte Ksu-Yo-Hee, die Protagonistin von das verhexte Gebäude. Und das habe ich jetzt eingesteckt. Ach, ich soll das zusammenbauen? Und Ksu-Yo-Hee spielt sie. Sehe ich das richtig? Und da ist auch noch ein Hinweis. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Also sie, Nahaufnahme. Talisman, bei ihm Nahaufnahme. Sie. Und sie sitzt da so irgendwie rechts unten am Tisch. Also irgendwie sitzt sie auf der Couch. Also war doch ihre Figur da schon irgendwie richtig. Aber ich kann die jetzt überall hinsetzen. Ne, er setzt die immer wieder da hin. Ausstellungsdiagramm abschließen. Leute, ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr Kontext gebraucht. Filmdrehbuch. Das Drehbuch für das verhexte Gebäude. Basierend auf dem Drehbuch und der gewünschten Atmosphäre wurde ein Ausstellungsdiagramm erstellt, um die Bewegung der Charaktere zu vereinfachen und jede Szene zu bestätigen. Szene 1. Erstes Treffen mit Ksu. Ksu kommt und schenkt ihrem Vater wie gewohnt Tee ein. Sie weiß nicht, dass ihr Vater eine unerwartete Begegnung mit einem potenziellen Verehrer, der sich für sie entschieden hat, geplant hat. Jan ist so verzaubert von Ksu. Schönheit, dass er nicht bemerkt, dass der Schulgründer ihm enthusiastisch ein Geschenk anbietet. Jan ist sofort überzeugt, dass sie die weiße Rose seiner Träume ist. Szene 2. Eine gute Ehefrau. Ksu, die in jungen Jahren ihre Mutter verloren hat, wurde im Jahr 1955 von ihrem Vater Oh je. Wenn? Der ist auch Ksu. Ich tue mich aber auch schwer mit den Namen. Auf die Brautschule geschickt. Dort lernte sie Nähen, Ikebana, Kochen und alle anderen Fähigkeiten, die nötig sind, um eine gute Ehefraumutter zu werden. Sie glaubt fest daran, dass sie wie von ihrem Vater geplant nach ihrem Abschluss zu einer perfekten Ehefrau wird. Szene 3. Die Schön und das Biest. Die seit frühester Kindheit verhätschelte, nennen wir sie vielleicht am besten Ju, lebt auch nach ihrem Abschluss weiterhin in einer komfortablen kleinen Blase und hofft darauf, den perfekten Ehemann zu treffen. Doch schon bald kreuzen sich die Wege von Jan und dem naiven Mädchen. Jan nutzt seine Arbeit, um Wenn zu... Wenn? Nahe zu kommen und hackt hinter den Kulissen Es hört es aus. Moment, ich bin kurz verwirrt. Ju ist also das Mädchen und Wen ist der Vater. Ich muss ihnen andere Namen geben, damit ich zurechtkomme. Warum heißen beide Xiu? Xiu Yu Yi und Xiu Wen Xiong. Also nennen wir sie Ju und ihn wen? Oh man Leute, warum ist das schwierig? Also die seit frühester Kindheit verhätschelte Ju, das Mädchen, lebt auch seit dem Abschluss weiterhin in einer komfortablen kleinen Blase und hofft darauf, den perfekten Ehemann zu treffen. Doch schon bald kreuzen sich die Wege von Jan und dem naiven Mädchen. Jan nutzt seine Arbeit, um Wen nahe zu kommen und hackt hinter den Kulissen etwas aus. Also dem Vater. Der Jan versucht dem Vater nahe zu kommen. Den Namen hat der Mörder am Anfang gerufen. Von wem? Der Nachname steht am Anfang. Das kann sein, dass die mit Nachnamen anfangen. Also der Wen ist der Vater und der Jan hat versucht, Xiu Wen und... Oh weia. Oh weia. Aktualisiert. Ich gebe mir wirklich Mühe, mit der Geschichte dabei zu bleiben. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich mir die Namen nicht merken kann und ich dann in so einer Geschichte nicht zusammenfinden kann, wer hat jetzt was von wem gewollt, dann fällt es mir super schwer. Von Ju. Das Mädchen. Okay. 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 Ich falle halt gleich um. Ich kann es warten, bis du die kleine Überraschung habe ich vorbereitet. Aber jetzt fehlen mir ja immer noch hier irgendwelche Figürchen. Dass hier immer diese Musik kommt. Sie beim Kaffee, er beim Geschenk und er bei der Rose. Irgendwas habe ich übersehen. Irgendwas habe ich übersehen. Hast du was jetzt zu sagen? Das kann ich auch nicht in die Hand nehmen. Sie hat doch irgendwas gesagt. Geh da und da hin, da ist dann dies und das. Und ich so, ja, ja. Whatever. Habe ich hier nicht zugehört? Weiß ich nicht, wo ich hin muss. Habe ich kein Problem mit? Wir helfen ihm mit der Story. Perfekt. Vielleicht eher Tee. Tee, ja. Statt Kaffee. Oh ja, hier war ja schon offen. Ich hole jetzt einfach mal die Figur und stecke die da rein. Ich, weil das ist die einzige, die ich gerade mit mir tragen kann. Vielleicht ändert es etwas, wenn ich die jetzt in die Anfangsszene stopfe. Vielleicht ist das hier Szene 2. Obwohl sie da beim Tee schon richtig steht. Keine Ahnung. Aber wenn da hinten nochmal so ein so ein Ding ist. Das heißt, du besitzt die Figur nicht. Ja, ich stelle sie jetzt mal da hin. Schau, was passiert. Ja, obwohl nimmt die wieder mit. Schlüssel zum Raum des Filmclubs. Schlüssel, der einen kleinen Raum im Filmclub öffnet. Total offensichtlich. Weil es beginnt alles irgendwie hier in der Schule. Weil, warum? Erstes Treffen. Nee, es beginnt mit dem Tee. Zu Hause. Naja, egal. Ich habe den Schlüssel. Zum Filmraum. Nee, oder? Zum Filmclub. Filmclub. War ich da nicht eh schon drin? Achso, und das dahinter vielleicht. Hier rein? Okay. Aha. Erstmal gucken, ob hier noch ein Figürchen rumsteht. Verworfener Vorschlag. Die Filmvorschläge drehen sich um die Geistergeschichten der Wenauer Universität. Nach zahlreichen Gesprächen zwischen den Clubmitgliedern entschieden wir uns für eine Adaption des Da Rennmords 1960. Vorschlag 1. Die wahnsinnige Ballerina. Oh, das gefällt mir schon der Titel. Eine Legende zufolge ist es während des Auftritts der Tanzabteilung zum Semesterende zu einem schweren Unfall gekommen. Offenbar wurden die Augen einer Schülerin durch einen spitzen Gegenstand auf dem Boden ausgestochen. Sie war sofort blind und wurde ins Krankenhaus gebracht. Am nächsten Tag wurde sie auf der Bühne gefunden, wo sie sich erhängt hatte. Gelegentlich behaupten Schüler der Geist einer jungen Frau, die im Tanzstudio trainiert gesehen zu haben. Sie sagen, dass sie sich tötet, wenn du ihr Training störst. Hinweis zu schwierig. Kann keine Ballerina finden, die teilnehmen möchte. Ah, wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass wir ihr begegnen werden? Ah, der Blindenballerina. Kann man sich einstecken? Stopfe ich dich dahin? Irgendwo? Manche Räume haben einfach gruselige Geräusche, andere nicht. Ah ja, jetzt habe ich die von Jan. Jans Figur habe ich jetzt. Campus Geistergeschichten. Das WC. Guckt euch unbedingt den Film an, wenn wir mit dem Game durch sind. So gut. Oh ja. Ja. Dann üben wir einfach schon mal den Peilschritt. Vielleicht wird sie unsere Freundin. Freundin. Oh, das ist echt eine gruselige Geschichte mit der Ballerina. Und jetzt pass auf, nächste Geschichte, Geistergeschichte, das WC. Ein Text mit Einzelheiten über die Toilettengeistergeschichte auf dem Campus. Ein beliebtes Buch unter Winhua Studierenden. Gerüchten zufolge ist aus dem Damen-WC in einem der Stockwerke des Larenre-Gebäudes gelegentlich fließendes Wasser zu hören, auch wenn sich niemand darin befindet. Eines Tages war ein Mädchen, das in einem angrenzenden Raum lernte, so frustriert über die Ablenkung, dass es in das WC stürmte. Doch zu ihrer Verwunderung entdeckte sie, dass keiner der Wasserhähne lief. Als sie sich zu den Kabinen umdrehte, schnappte sie entsetzt nach Luft. Als sie vier durchsichtige Hundepfoten sah, die unter einer der Türen vor- und zurückbaumelnden... Ein Hund? Ein Hundegeist? Momizzi? Findet die schwarze Katze? Oh, oh, oh. Hallo? Miau? Okay. Also der Hund, von dem haben wir doch gehört, äh, der Professorhund. Der ist... Der schlägt hier aus dem Chlorum. Jetzt ist die Frage, ob ich... Ich gebe einfach mal ihn dahin und sie da rein. Ha! Und krieg den Wen. Den Vater. Eine Pappmachierfigur zur Bestätigung der Bewegung des Schauspielers. Ja. So. Habe ich sie alle drei. Dann kann ich jetzt loslegen mit meinem Popenspiel. So. Ich weiß auch schon wo. Sie kommt zum Tee. Er, glaube ich, kommt zum Geschenk. Oder andersrum. Andersrum. Er zu der Rose. Jetzt. Hab's! So. So. Kamera will be here facing the desk. Doc sits in the chair and Ahai will be over there pouring tea. Mhm. Mhm. This is to show Yo'i's respect and admiration for her father. And then Wenxiong. Is extremely satisfied with his daughter's manners and obedience. Yep. Yep. That's when I walk in. The first shot will be of my watch. Then the camera moves upward giving us our first look at Shu Yuyi's face. Pew, 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 pew. You got that. His perverted gaze masking itself in twisted sophistication. Ha, 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 ha. I've got chills just thinking about it. Hold up. Hi, Talkspec. Does Yuyi know what's going on at this point? Hmm, nope. No. Ah. Yo'i's been coddled to death. She's one of those chicks whose father sent to an all-girls school when she was little. And even if she realizes he's a psycho, she can't do anything about it. Danke, Rüßel. Für den Verschenkensab. And to think this stuff actually happened. It's terrible. Poor girl. Hey, hey. What are you looking for? Der verhält sich schon die ganze Zeit merkwürdig. Der Schnurrbart macht mir auch fertig. If Yan Xuen really is some wizard from hell, maybe Yuyi's soul is still trapped in this very building. Watching us. Yeah, don't last to. No way. Some people say they've seen her spirit roaming the building at night. Sick! Sick! Oh, uh, wait. I mean, I don't think we should film here. We should let her rest in peace. Agreed. killing her wasn't enough. That pervert had to keep her in his twisted web. Mm-hmm. Alright, look, is this scene settled or what? We're introducing Wen Xiong and Yu Yi. Yep, that's basically it. And then Yu Yi takes the teapot out and Shu Wen makes up some excuse to fall No. Nein. Weasel, danke schön wieder verschenken. Was up. You see or hear something? Ja. Nee, da wäre geheult. Im Klo. Geh mal nachschauen. I'll go if you're too scared. Doch, lass sie gehen. Doch. Nein, du Idiot, lass sie gehen. Ursprung des Weinens. Warum? Lass sie doch gehen. Mann. Ego an völlig falsche Stelle angebracht. Wenn du einen Geister heulen hörst und jemand sagt, ich geh nachschauen, sagst du, cool, danke. Beste. Und dann schaust du, dass du Land gewinnst. Falls es euch mal passieren sollte. Guten Abend, Ritchi. Cool, 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 cool. Können wir nicht zu dritt gehen? Ich würde den mit dem Schnurrbart schicken. Der hat bestimmt, der hat bestimmt zu viel am Weihrauch geschnüffelt. Der checkt eh nichts. Okay, 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 es kam von da, oder? Was? Hören die das nicht? Aber seht ihr was? Oh nein, es ist jetzt offen. Ah! Ich hoffe, sie tut sich nicht weh. Was? Ich hoffe, sie tut uns nicht weh. Ja. es kann nur eine Solo-Tänzerin geben. Oh nein, es ist die Ballerina. Warum haben sie mich nicht gewählt? Oh Gott, bitte nicht. Hat sie was nach uns geschmissen? Ja, besser, dass es so ist. Sie hat was nach uns geschmissen. Geh, sie will wohl nicht. Okay, in dem Raum ist die Ballerina. Ich habe Entgänse auf. Warum ist dieses Spiel so schnell so krass? Yu Ping. Yu Ping. Direktor Dick, taking your pretty little time, hm? What's that? I, someone was crying in the storage room, then chucked this out the door. That's weird. There's only one set of keys. How'd they get in? Here, take this. Machst du bitte sperren? Open the door and check it out. Nee, Mann. Nee, Mann. Sie hat keinen Kopf mehr. Der Typ hinten macht erstmal Yoga, der entspannt sich. Wisst ihr was? Wenn mein Kommilitone oder mein Kumpel zu mir sagen würde, da hat jemand drin geweint und gerade was nach mir geschmissen, dann würde ich sagen, lass es gehen. Der andere ist jetzt gleich weg. Der hat sich gleich gedacht. Nee, ohne mich Freunde. Okay. Beschädigte Aufziehpuppe Körper. Kann ich die anschauen? Ich kann die irgendwo reinstecken. Aber ich habe vielleicht den Kopf finde ich auch noch irgendwo. kommst du mit? Gehst du vor? Wie perfekt sie dasteht mit den Füßen ganz gerade. Schön ausbalanciert, so würde kein Mensch länger stehen. Ja, schon besser. Danke. That Hi 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 Can Ich hab mir, glaube ich, eingepisst. Hätt ich mich umschauen sollen? Glaubt ihr, ich hätte mich in dem Raum umschauen sollen, Guten Abend Son Goku. Ich hab mich jetzt überhaupt nicht in den Raum umgeschaut, weil ich so Angst hatte. Nicht, dass da was gelegen ist, so die Puppe, der Kopf. Ich geh nochmal zurück. Ich hab zwar Angst, aber ich geh nochmal zurück. Darauf ist das Spiel nämlich bestimmt nicht vorbereitet. Und dann kann auch nichts kommen, weil die sagen, keiner scheißt sich so ein und bleibt nur an der Tür stehen. Da schau. Trophäe der Ballettmeisterschaft. Toll, die kann ich gar nicht mitnehmen. Vereinsregeln. Vereinsregeln. Verhalte dich still. Essen und Trinken verboten. Außenstehende sind nicht erlaubt. Wer zu spät kommt, wird bestraft. Verriegle die Tür und befolge die Regeln. Oh, wie toll, die ganzen Kratzer an der Wand. Er fragt sich, wo sie hin ist. Da ist sie. Beschädigtes Foto, da war noch eine zweite Person. Ein verschlissenes Bild von zwei Ballerinas. Nur eine Ballerina ist in dem zu sehen, was vom Bild übrig ist. Der Name Li Yu Ping wurde durchgestrichen und durch Li Yu Hong ersetzt. Okay, jetzt hab ich doch was eingesteckt. Uncool, 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 uncool. Also es ist schon, sie machen es auch schon so, manche Räume haben einfach diese unglaublich gruselige Aura und andere, da ist es super still drin. Wo bin ich denn ehrlich? Ich hab mich verlaufen. Wo sind wir hergekommen? Da. Fühl mich nicht wohl. Fühl mich nicht wohl. Danke, dass du gewartet hast. Cool, cool. Wo gehen wir jetzt rein? In den Fotoclub. Hi. Hey, ich hab zwar gerade einen Geist gesehen oder gehört. Tja. Meinen sie. Mhm. Ja. Tja. Meinen sie. Tja. 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 Oh mein Gott, ich würde es nicht aushalten, an ihrer Stelle. Genau, überlass das mir, ich kenne mich aus. Requisiten vorbereiten. So, was haben wir zu tun? Das sind diese vier, das sind diese Köfferchen. Oben links haben wir gemacht, das von der anderen Seite, von oben. Ach so, soll ich es halt einrichten, oder? Glaube ich. Was haben wir hier? Aha, das Geschenk. Exorzismusanleitung. Kann man mal so rumliegen lassen. Der mit dem Bad ist echt funny. Der mit dem Bad als erstes stirbt. Ich glaube ja auch, dass der mit dem Bad als erstes stirbt. Weil er so unvoreingenommen ist und alles so witzig sieht. Zusammengestellt von Wu Sinan, einem Schüler der taoistischen Künste, der von einem wahren Meister ausgebildet wurde und in der Abteilung für T-Medizin als kleiner Prinz des Exorzismus bekannt ist, enthält verschiedene Methoden zum Exorzieren von Geistern. Wenn man beispielsweise bemerkt, dass ein Freund besessen ist, sollte man ihm die Yin-Energie mit einem kraftvollen Schlag herausprügeln. Oder wenn ein Inkubus jemanden im Schlaf heimsucht, muss man diesen mit abscheulichen Flüchen und Schimpf wird dann aus dem Meer der Energie im Danzian belegen. Kostet 50 Dollar. Wenn du also deinem Kumpel, wenn du glaubst, dass dein Kumpel besessen ist, musst du ihm einfach mal mit deiner Yin-Energie einen kraftvollen Backpfeil verpassen. Das, und dann hast du exorziert. Weil sie euch fragt. Ja, nur so ein Gefühl, sie sagt, wir sollten nicht so lange warten. Ja, hier. Sie hat die Roses, aber nicht richtig, oder? Die muss ich dann nehmen. Sie kriegt doch die Teekanne, oder? Muss sie nicht da irgendwo hingestellt werden? Ja. Genau. Oh, sie gibt, ja, ein Talisman. Müsst du ja lösen. Just take it! Ich hab grad gelesen, wir mal exorziert. Okay, thanks. Gern geschehen. So, und jetzt hab ich die weiße Hose und so soll's sein. Hold on. Where's my Clipboard? Die hab ich schon gesehen. Moment. Charakter- und Besetzungsaufzeichnung. Einzelheiten zu den drei Hauptcharakteren, die von ihm verkörperten Schauspielern und Notizen zur Produktion. Und das verhexte Gebäude. Also sie spielt das Mädel, hat blond gefärbte Haare, sodass beim Film eine schwarze Kurzhaarperücke benötigt wird. Ah, okay. Nöllchen Simone. Die männliche, Jan, ja, der Anhänger von, muss maßgeschneidert, angefertigt werden, doch Richie hat bereits jemanden gefunden, der ihn herstellen wird. Und dann You. Gründer der Universität. Wir können etwas Geld ausgeben, um die Retro-Brille von, Retro-Brille von Wen online zu kaufen. Da Doc keine Haare hat, benötigen wir auch für ihn eine Perücke. Genau, also der spielt Wen. Wen Xiong. Hauptrolle, Beschreibung. Naja, okay. Ich glaube, ich wäre soweit. Ich habe die Kamera nicht eingestellt, aber vielleicht passt es trotzdem. Äh, Action. Äh, Action. Yuyi. Du bist früh heute früh. Ja, Vater. Take a look at this. The design really is quite impressive. Born into a good family and an upstanding young fellow. He's actually only four years older than you. Hm-hm. Ah. Da komme ich. This is my daughter. Shu Yuyi. Hallo. Ich bin der Yan. Shu Yuyi. Ich bin der Junge. Ich habe nicht Play gedrückt, es ist passiert. Okay, ich schwöre, ich schwöre. Ich meine, sie nehmen in dem Gebäude, wo er sie umgebracht hat, auf, wie er sie kennengelernt hat. Ist das richtig? Oh, 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 oh. Ich will nicht spielen. Run! Hä? Der Geist hat uns jetzt erstickt? Was ist denn passiert? Hier. Genau, die Staffel eingestellt mir. Deine Freunde finden. Äh, äh. Ich hoffe auch, dass wir nur träumen. Der Horror kann beginnen. Okay, okay, ich, äh, die, 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 die. Okay, cool. Nein. Oh, der blöde Aufzug. Ja, der war Aufzug, Mann. Das ist nicht gut. Ja, ja, wir fahren nicht ganz runter. Feuer, let's go. Nein. Das Spiel ist schlimm. Okay, ähm, Station U-Bahn. Kann ich bitte die Merchensie holen? Nein. Okay. Okay. Ich bin in einem Glitsch. Okay. Das Spiel ist so krass. Hopeless. Nein. Okay. 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 Woosah. Wir sind im Gaming-Zimmer. Gaming-Club. Das kann nur gut sein. Oh. Der Typ kotzt gleich. Wo sind wir überhaupt? Oh, Mann. Oh, Mann. Das alte creep ist nicht in seinem Haus heute. Hehehehe. Hm. Das lässt mich spielen mit dem guten Sachen. Das ist ein, der Knie-Knie-Knie-Knie-Knie-Knie-Knie-Knie. Wer ist du? Kannst du mich hören? ARD Text im Auftrag von Funk 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 Okay, also wir haben jetzt Zeitdruck Ein USB-Medium In 7-Stern-Schwertform Nur eine Replik und nicht die Macht hat, Dämonen zu vernichten Oder das Böse zu bezwingen, wenn du ein Geist siehst, lauf Danke Danke, danke, okay Hä, ist das richtig? Nee Hä? Nee, ist der falsche Computer oder wie? Hä, in welchen Community soll ich den Reit stecken? Jetzt ist es vorbei Der Umgang ist nicht gelb Beobachte die Umgebung und analysiere Unterschiede der Kleidung Ja, aber wie sah sie denn aus? So genau hab ich's mir jetzt auch nicht gemerkt Wer ist da? Er kriegt ihn nicht rein? Das war sie? Da ist sie nicht zu sehen, gell? Also übt er da Ist ja das gleiche Ja, ich hab den Eindruck, sie läuft überall Gleich An der Wand war noch ein PC Ah Gut, dass du's sagst Gut, dass du's sagst Die schwebenden Computer hab ich nicht berücksichtigt Komm Bist du spät? Dreimal Die verarschen's so los Der ganze Cheeshit ist real Der ganze Cheeshit ist real Die verarschen's bloß Der Hersteller hat's gesagt Der Hersteller hat's gesagt Ich bin nicht egal Ich bin nicht egal Ich bin nicht egal Ja, ich bin Ferret Square Du sagst, du sagst mir wo Doc und Ahi sind So what if I do? Do you know how many ghosts there are here? They're probably already dead as dirt Hey, don't say that Yep There's a really scary ghost down there Also das ganze Gebäude ist ja voller Geister Ich glaube, dass wir deswegen auch verschiedene Geister Deswegen so ganz strange Geister sind Und das ist halt ein Kindergeist Die eigentlich spielen will Eigentlich voll traurig Ja Scheiß doch auf die zwei Ich will nach Hause Also Nur um nochmal die Geschichte klar zu kriegen Wir sind in der Universität Und wahrscheinlich ist es nach Mitternacht geworden Weil es hieß doch Wenn du nicht nach Mitternacht draußen bist Aus der Universität Aufgrund der Gebäudezusammensetzung Und dass das mit den Talismanen nicht geklappt hat Sind die Geister Werden böse Geister eigentlich angezogen Und in dem Gebäude verbleiben Oder kommen dann nicht mehr raus Und deswegen treffen wir wahrscheinlich Auf die verschiedensten Arten von Geistern Aber dann muss sie ja auch ein böser Geist gewesen sein Sonst wäre sie ja nicht hier Eine Keramiksicherung Für ein Hochspanngerät Das nehme ich Kannst du Willst du die nicht mitnehmen? Das ist dumm Kann zur Zeit nicht benutzt werden Der Gaming Club hat zurfältig Ein speziell für den Jahrmarkt Des Horrors entwickelter Atmosphärisches Event vorbereitet Slappys Versteckspiel Adaptiert von der klassischen Urbanen Legende Einsames Versteckspiel Ach so Sie war Teil dieses Dieses Games Und der Kopf der Glitcht hier noch Für immer Das war der Milchkaffee Okay Okay Ganz normal Ganz normal Dem mysteriösen Licht folgen Natürlich Der leitet mich jetzt nach unten Klar Sie sagt noch Unten ist ein ganz ganz Böser Geist Teddybär Who is there? Oh man Was sind das für Albträume Die ich hier machen muss? Brettspielclub Komm ich nicht rein Das kann ich nicht benutzen Was ist das? Me I kill you Ja Ja ich weiß auch schon Wohin Wie auch immer Wohin sollte ich denn noch gehen? Ich hab nämlich grad Nix besseres zu tun Als irgendwelchen Geistern Aufzulauern und Das ist das Mädchenklo Nein Ja die meisten Geistergeschichten Sind in den Toiletten Und das ist das Damenklo Weird Warum Bringt das mich Wohl hier hin? Silent Ja Das war geil Do not enter Da soll ich rein Das Badezimmer untersuchen Na klar Freunde Erinnert ihr euch noch An die Geschichte Die wir gelesen haben Vorhin Wird jemand seine Wurst Noch liegen lassen? Haha Reicher Pop Armer Pop Einflussreiche Texte Für Investment Und Finanzmanagement Also ich weiß nicht Ob es noch schlimmer Werden kann Bin ich ehrlich Kann es noch schlimmer Werden als so eine Fette Wurst Aber wie sie die WC hinten hier stehen haben Okay cool Okay cool Do not enter Gehen wir rein oder? E klar Ist der Hund drin? Shit Oh Gott Flogen Nicht mit dich so schreien Ja Nein 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 Ich glaube Sie hat geentert Au Nicht so laut zu schreien Okay 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 Dreh dich nicht um Dreh dich nicht um Okay Hat er dir wurscht gelassen Oh ich würde ihm so eine verpassen Oh Ist er das? Ja genau Das ist Auch das Darmkloster Ein Problem Ich weiß nicht Ob er es ist Das war Exorzismus Hab ich gelesen Das war Erste Hilfe Die Handabdruck Die Handabdruck Ich bin mir grad unsicher Ist er Ist er Doc Ist er ein Geist Weil er spricht so komisch Seit vor 30 Jahren Der Typ mit der Lampe Hergekommen ist Ist niemand mehr gekommen Also er spricht Als ob er ein Ein Geist wäre Er ist es nicht oder? Ne sie Genau Hätte ich jetzt auch gedacht Für mich wirkt er nicht so Und du stirbst eh Sagt er ja Also ich glaube Dass er ein Geist In seiner Also dass es ein Geist Aus dem Haus ist In seiner Optik Deswegen auch die komischen Malereien Im Gesicht möglicherweise Und sein Bart Ist ihm abgefallen Schwarzer Schnurrbart Der Schnurrbart von Doc In der Produktion Das dicke wellige Design Verleiht einen reifen Professionellen Look Dient als lebendiges Accessoire Um den Schauspieler Von einem jungen Erwachsenen In einem Mann Mittleren Alters zu verwandeln Ach das war die ganze Zeit Nur ein Das war die ganze Zeit Nur ein Accessoire Für den Dreh Ja komm ich durchsuche Jetzt mal hier Die alte Handheld Konsole Eine sehr alte Handheld Spielkonsole Sie scheint aus den 90er Jahren Zu stammen Und nutzt Kassetten Erstmal Erstmal Was heißt hier Sehr alt Und aus den 90er Jahren Das war Hier sogar Das war Ein Gameboy Color Okay Das war noch Die neuere Variante Ich finde es Nicht in Ordnung Ich finde es Nicht in Ordnung Dass dieses Spiel Sehr alt Und 90er Jahre Zusammenfasst Okay Wer hat dieses Spiel programmiert Zwölfjährige oder was Was soll denn das bitte Ansage Ende Ich hatte den ersten Ich auch Chat Hände hoch Wer hat noch Auf einem Dicken Grauen Gameboy Angefangen zu spielen Der fette Graue Gameboy Wo du Mit dem Mit dem Leselicht Reinleuchten musstest Dass du überhaupt Was erkennen konntest Ja Oder Also echt Sehr alter Sehr alter Idioten Den dicken Grauen immer noch Wir hatten ihn mal gefunden Aber er war kaputt Beste Es passiert nichts Wenn man den einen Ausschalter betätigt Sie hat also definitiv Keinen Strom Aber warum hat dieses Ding Warum Warum ist dieses Ding Auf dem Damen-WC Weil die Person Die diese riesen Wurst Ins Klo gelegt hat Möglicherweise dafür Eine halbe Stunde gebraucht Und eins kann ich euch sagen Wenn Männer Mit einem Mit dem Handy Aufs Klo gehen Dann sicherlich Nicht Weil sie dort Was wichtiges Nachschauen müssen Also Es ist ja wohl Also Gameboy auf dem Klo Ist ja wohl das Nur die Ältere Version Nicht die sehr alte Aber die ältere Version Von TikTok am Klo Von ihr habt auch In der Arme Träge neben mir liegen Offenbar sind wir sehr alt Hier ich habe ihn noch Und er geht noch Voll gut Dann immer schlimm Während der Autofahrt Ja Mein Mann ist einfach 30 Minuten Jedes Mal Auf dem Pott Ist so Und die Lupen Nicht zu vergessen Ja die konnte man So dran machen Sehr alte Handheld-Konsole Ihr könnt mich mal Kreuzweise Sehr alt Verpass ihm doch noch einen Ich glaube die hat nicht Richtig gesessen So Doc Komm Du musst hier raus Auweia Was haben wir zu tun Finde das mysteriöse Licht Schaffst du es Doc Schaffst du es Nein hast du immer noch Angst um mir Schäme dich Der hat den Ausgang Nicht gefunden Jetzt Wie lange hast du gesagt Du kannst nicht raus Er ist auch ein Kind Er ist auch ein Kind Aber ein bisschen älteres Glaube ich Kann es sein Dass sehr viele der Geister Hier Kinder sind Jetzt habe ich den im Schlepptau Da ist es Komm Bei Fuß Bei Fuß Doc Okay Okay ein bisschen creepy bist du schon Gebe ich ehrlich zu Jetzt geht es in den Brettspielclub Bist dabei Hey 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 Wie so eine Fliege Wie so ein Glühwürmchen Hey Ich kann es nicht sprechen Loser Wie so ein Glühwürmchen Wie so ein Glühwürmchen Mich retten Save me Rettet mich Warum spielen die nicht alle miteinander Ja gell Wir müssen ein Rätsel lösen Scheinbar Schatzkarte Schatzkarte prüfen Mann und ich habe Jetzt habe ich den Puppertierenden Zehnjährigen hier dabei Eine Schatzsuche Spielanleitung Oh Mann Was war noch mal Ein LARP Abenteuer Wir haben es glaube ich Das letzte Mal Erfahren Ah was war das Weißt du Chat weißt du es Oh nice Danke Simon Entschlüssel den Code Auf der Schatzkarte Und orte erfolgreich Die drei versteckten Schätzchen Schätze Schätzen Schätze Um deinen Preis Von unserem Personal Einzufordern Wir verraten dir Ein kleines Geheimnis Der große Preis Für jeden der das Spiel schafft Ist mit deinen innigsten Wünschen Verbunden Live Action Roleplay Das klingt gut Ah ok Ein Live Action Roleplay Also Also Rollenspiel In echt Nice Oh warte Da war noch mehr Dark One Dark One Your presence is requested Oh oh Ich habe noch nicht fertig gelesen Da war noch ein paar mehr Was stimmt da noch Lesen Scrawle das Puzzle Scrawle von irgendwem Eine Wunschliste Besiege das starke Monster Indem du die Anzahl Personen Für jede Klasse findest Fußspuren das Puzzle Fußspuren Anleitung zum Sieg Hinweis folge Den Weg in den Anweisungen Um die Antwort zu finden Edelstein Puzzle Geschuldete Kosten Bilde Teams mit jeder Klasse Um den Schatz zu erhalten Jedes Team kann Nur einen je Klasse erhalten Oh Gott Das wird wird Okay ja Wir sind jetzt Da oben war das Klo Das war der Spieleraum Und wir sind jetzt Da wo das rote Ding ist Im Brettspielraum Es muss also direkt vor unserer Tür Eins sein In der Ecke vom Game Raum Achso Ah die Schatz Diese Truhen Ja ja die Truhen Das sind die die Wovor vorbeigelaufen sind Und es hieß Wir können die jetzt noch nicht öffnen Oh, 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 Simone Boah Verstehe ich Chat, trink mal was Chat, prost Auf euch Und wenn man Zum Klo Auf die Die Treppe runter geht Da Müsst auch noch einer sein Cool, cool Also unser Dude Der wirkte ja ganz nett So ein bisschen pubertär Nervig Aber im Moment Noch nicht bedrohlich Patzer Ungeschick Unge Kicher Ein Mann, der allein in einem Wohnhaus lebt Erhielt eine Nachricht, dass er am Folgetag sterben würde Nachdem er rasch seine Angelegenheiten erledigt hatte Wartete er mit grimmigen Herzen auf seinen Mörder Er wartet den ganzen nächsten Tag Doch der Mörder erscheint nicht In der Folge nach taucht der Mörder plötzlich vor ihm auf Und der Mann schreit ihn bütend an Was zum Teufel hat dich so lange aufgehalten? Ganz außer Atem antwortete der Mörder Entschuldigung, der Aufzug wird repariert Und es hat ewig gedauert, die Treppe hochzusteigen Was? Okay Ich habe einen Schlüssel Er kann jede Schatztruhe mit diesem spezifischen Schloss öffnen Und verbessert das atmosphärische Erlebnis Also ich kann jetzt zu den Schatztruhen gehen Aber ich muss rausfinden Mit welchem Code ich den Schlüssel Also mit welchem Code ich das öffne Kann ich den dann auch einstellen oder? Nein, 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 warte, warte, warte Entschlüssele den Code auf der Schatzkarte Und orte erfolgreich die drei versteckte Schätze Ich habe die drei, glaube ich, schon verstanden Scrolle Irgendwas Wunschliste Besieget das stark Das verstehe ich nicht so ganz Dann gehen wir jetzt einfach mal zu dem ersten Rätsel Das muss ja hier gleich sein Ah Challenge A, B, C Oh mein Gott Vier Achso, vier Ah, verstehe Unten ist die Reihenfolge Okay, dann zeichnet man das so Also vier Dann muss man unten Wir starten in der Mitte Ding Ding Also eine Eins Das geht gerade in der Mitte runter Ich kann es euch leider nicht zeigen Weil der mir keinen Mauszeiger gibt Und dann haben wir Jetzt müssen wir von rechts anfangen Weil die Blutfußspuren starten von Von diesem Art Fragezeichen Ich weiß Und zwar mit den Ich weiß zwar nicht von welchem Aber es landet wieder da Dann Totenkopf Trank Kann es sein? Pfeil Das wird eine 6 sein Also unten ist ein Kreis Und dann oben 416 Hätte ich jetzt getippt Cheater denn, Hallöchen Weasel Danke schön Für den beschenkten Sub An Cheater denn 416 Hätte ich jetzt mal getippt Oh mein Gott Wir haben nur Vier Wir haben nur vier Zahlen Wir haben nur 1, 2, 3, 4 Aber das war unten so Hä? Okay Chat Die C hat nicht gestimmt 4, 1 Aber wenn wir von da starten Da 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 Dann ist es eine 2 4, 1, 2 Verstanden Habt ihr das auch gecheckt? Ja Ein dekorativer Teller Ein spezieller Teller mit aufgezeichneten Pfeilen Gerüchten zur Folge ist dies eines der rituellen Medien zur Kommunikation mit einem Geist auf dem Campus Sie wurden in der Schatzdrohe aus dem Schatzsuchen-Larpspiel versteckt und scheint mit einem Geheimnis des Brettspielclubs in Verbindung zu stehen Wo ist eigentlich mein Alter Also Junge Okay und dann gehen wir mal in den Gaming Club vielleicht zurück Hier geht's noch zum Scherbetesau Du ja es geht so Bisschen scheiße mir gerade ein Und selbst Achso Moment ich brauche erst das Rätsel Wo ist der Rätsel Das ist nicht was ich hören will Ist es sein Ernst? Da muss ich jetzt reinkriechen und er sagt Oh das ist es wo mein Kumpel wohnt Nein Mann Ich hasse es Ich hasse es jetzt schon Oh Hunti Okay cool Okay cool Ich hab nix zum fressen für den Hund Blume Ich hab nix zum fressen Okay ich brauch Hundefutter Wo kriegen wir denn das hin? Wer nimmt denn? Milchkaffee? Nee Okay ähm Ich mach Ich hab das Hier jetzt gefunden Äh Got Treasure hunting ABC Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein es ist so Dings Wie heißt es? Sudoku? Eins Zwei Drei Vier Group Neue Gruppe Sucht nach neuen Spielern Nicht der Gleiche Job In jeder Reihe Muss einmal Das Logo vorkommen Es darf nicht zweimal vorkommen Und die Eins fällt dann schon mal raus Weil es ist In jeder Reihe Ist eine Eine Axt Sehe ich das richtig? Hättest du doch mal die Wurst mitnehmen sollen Die Drei Also dieses Anker Der Anker Der ist in der ersten Reihe In der letzten Reihe Der kann Auf A, B und C sein oder? Oh Gott ich bin so schlecht im Sudoku Chat ist jemand Sudoku Profi von euch? Dieses Dieser Es ist Fragezeichen Was die Zwei sein soll Ist in der ersten Ist in der zweiten Ist in der vierten Das könnte C sein Zwei könnte C sein Und Pfeil und Bogen Könnte A sein Zwei Zwei Drei 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 Vier Ist in der Zaubers Ja ja Zwei drei vier Oder zwei drei zwei Sollen wir es mal versuchen? Zwei drei vier ist es nicht Nee Achso, 4-3-2. Oh, sorry. Mein Fehler. 4-3-2. Ah, 4-3-2. Seht ihr, wir können das doch. Ist da hoffentlich Hundefutter drin. Klebrige rote Flüssigkeit. Soll ich die dem Hund geben? Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich nichts dabei habe für den Hund, die... Ich habe auch nichts gefunden. So, Bubu. Was kann man die der geben? Ich habe nichts für ihn. Oh, Bubu. Selbst der Hund kommt hier nicht mehr weg, ey. Aber hier war auch nichts. Okay, eins haben wir noch. Das soll hier unten irgendwo sein. Okay. Okay. Pfeil und Bogen. Mal eins. Oh mein Gott, was ist das, ey? Wir müssen gegen einen Drachen kämpfen. Wir haben Verteidigung. Also wir haben Heiler. Oh Gott, das ist schwer. Den Bart möchte er bestimmt... Ja, man kann es ja mal versuchen. In den Sammelobjekten. Achso, das glaube ich... Ich weiß nicht, ob ich das benutzen kann. Ich glaube nicht. Oh Gott, was ist das für ein Rätsel? Wo ist die... Kriege ich hier noch irgendwie eine Erklärung? Hier in der Sammlung ist Hundefutter. Ne, das kann ich nicht verwenden. Aber ich werde es nochmal versuchen. Schatzsuche, Spieleanleitung. Edelsteinpuzzle. Fußspurmpuzzle. Und das ist dann das andere Puzzle. Wie siege das starke... Ach, boah, aber das... Wie siege das starke Monster? Wir haben A, das ist... Der Heiler. Zwei. B. Haben wir drei. Zwei, drei. Eins vielleicht. Ich versuch's mal. Also so oft, wie das vorkommt. Zwei, drei, eins. 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 Ja? Okay, cool. Cool, 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 cool. Wir sind so klug, Chad. Eine leere Notiz. Ein Bündel leerer Blätter zum Aufschreiben von Notizen. Gerüchten zufolge ist dies eines der rituellen Medien zur Kommunikation mit einem Geist. Okay, ja, das ist alles gewesen. I don't know what was that. Ich versuch jetzt nochmal dem Hund das Hundefutter zu geben. Wie kostet's mir ein Anliegen? Geh mir aus dem Weg. Danke. Hundi. Hundi, ganz kurz. Ich hab ne Dose Hundefutter. Lasst mich das mal testen. Wählen. Das geht leider nicht, Hundi. Ich hab, ich hab auch nix anderes, was du fressen könntest. Den Bart hätte ich dir gern gegeben. Ist eine Karte? Im Deckel der Kiste. Ja, ja, die Karte. Die war in jeder Kiste. Also ich guck nochmal gern nach, aber in, ich meine, jede Kiste hat am Ende diese Schatzkarte. Genau, das ist die gleiche, die im Zimmer hängt. Junge, du musst näher kommen. Komm. Okay. Oder geh weg. Aber bitte. Ich komm sonst nicht in der Kiste vorbei. Ein armes Hund. Jawohl. Voll klug. Was? Ich hab diesen Raum noch nie zuvor gesehen. Selbst du weißt nichts darüber? Hä? Worüber? Verwirr mich doch jetzt nicht. Ich hab alles gefunden. Wie geht's jetzt weiter? Hab ich... Oder welchen Raum meint er? Er sagt, hey, diesen Raum hab ich noch nie gesehen. Also ich hab fertig. Okay, so, who's going first this time? How about our friend from the dance department? R-really? Anywhere? If you believe in the dark one, he will give you power. Draw the seal and write your wish on the paper. And then? Das haben wir uns schon angehört. Da steht, du musst die Dose mal öffnen oder so. Du musst die Dose nicht mal öffnen, um das Fleisch riechen zu können, steht da. Ja, genau. Also ich hab jetzt alles... Was genau muss ich jetzt tun? Ich hab irgendwas... Sammle alle Schätze. Muss ich die zusammensetzen. Ah. Hier waren wir, glaube ich, vorhin noch nett drin, oder? War das der Raum, von dem er gesagt hat, oh, was ist das für ein Raum? Den kenn ich ja überhaupt gar nicht. Wir haben gesagt, was? Selbst du kennst diesen Raum nicht, aber du bist doch schon seit 30 Jahren hier gefangen und hast den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als auch die Geisterwände zu spürken. Aber hey, Radio-Ghetto-Blaster. Am Start. Dieses sehr alte Gebäude. Gebäude. 1990. Okay, cool, cool. Was haben wir? Geheimes Dokument. Zuerst wollen wir nur mit einem Weecher-Brett spielen. Wir stellen dem Wesen zahlreiche Fragen und es schien alles zu wissen wie eine allwissende Gottheit. Da es sich so sehr von allem unterschied, was wir zuvor begegnet sind, nannten wir ihn den Gott der Geister und von da an bezeichneten wir alle ihn als den Dunklen. Was, labernert? Ich weiß doch selbst nicht, wie es geht. War es falsch rum? Ich habe halt so viele Möglichkeiten, habe ich nicht. Okay, das andere kann ich gar nicht hinlegen. So rum. Whatever. Was mache ich hier eigentlich? Weiß er, was er da tut? Ich beschmier mich jetzt auch. Wowee. Kachi-Kachi. Klar. Das ist sicher. Aber es kann, ich weiß ja nicht, ob es schlimmer werden kann. Ich glaube, es heißt ja. Ach, er hatte seinen Wunsch da drauf geschrieben. No. Bitte. Haha. Wie jetzt schon auf seinen Kumpel verzichtet. Wenigstens sie. Auch geil, oder? Ja. Das siehst du mal. Lassen sie das grüne Geisterwesen gehen? Ach so, weil der gebeten hat, dass wir ihn retten sollen. Also, okay. Was ist das, ein Genie? Das war's. Ich habe jetzt ein bisschen Genie in der Battle gemacht. Habe mir ein paar Wünsche erfüllen lassen, aber meinen Buddy, den Doc, habe ich nicht retten können. Ja, um dich ging es nicht. Sorry. Let me see. Be careful. Doc? No. No! Geh da nicht hin! Fuck, fuck, fuck! Also, um ehrlich zu sein. Er hat gesagt, lass bitte meine beiden Freunde, lass Doc und A-Hi hier sicher rausgehen. Und er so, nein. Haben wir gesagt, lass bitte wenigstens A-Hi sicher hier rausgehen. Und er so, okay. Also, wenn er jetzt stirbt. Das war der Deal. Und ich meine, er hat sich gerade, ähm, Arsch vorwärts ins Verderben gestürzt. Und da soll ich jetzt hinterher? Ja? Und das unterirdischen Gang besuchen? Ja gut, wir haben ja nichts Besseres zu tun, nicht wahr? Ist so. Okay, wir sind im Aufzug. Und unser Bro sitzt da drin. Von Biene verkauft worden. Oh. Oh. Ich will nicht aussteigen, schon okay? Jetzt verpasst sie mal so richtig eine links und rechts, Mann. Exorzismus. Oh, das Gesicht. Lauf da nicht lang. Er ist schon mal vorgegangen. Also, Doc ist weg. Das Gesicht, als wir ihm einige klatscht haben. So richtig so. Was? Also. Ich will mal sagen, er ist vorgegangen. Und Janine, du hast recht. Stimmt nicht. Sein zweiter Wunsch war, lass mich A-hi finden. Er hat nicht gesagt, tot oder lebendig. Das stimmt. Er ist nicht mal mehr angemalt. Ich glaube, es ist wieder er selbst. Du hast recht. Der sucht seinen Bart. Den heißt schon, Rosentash. Können wir nicht bitte hier? Oh Mann. Oh, ich wünsche, dass dieses Kapitel jetzt bei... Oh. Nein, die Ballerina. Nein, die Ballerina. Schön siehst du aus, girl. Mit Kopf. Die Tür bleibt besser zu. Ja, wir wollen ja nicht so spannen, gell? Nicht beim Tanzen stören. Ich will nicht gestört werden. Oh shit, da ist sie schon. Und die hilft mir. Ich habe immer noch nichts für dich. Oh Mann, es ist sad. Ach, Honti. Guten Abend, Kondo. Wow. Wow. Stop it. Was war denn das? Mäuschen? Mäuschen? Cool, danke. Echt nett von dir. Dass du mir hilfst. Die zeigt er irgendwo hin, gell? Nääääh. Der soll ich auch was geben? Will die vielleicht den Schnurrbart? Okay, ich höre. Ich wusste es. Xin, Xin, Flai, Flai, Ola. Seht ihr, da hatte der Schnurrbart noch eine Verwendung. Die hat sich gefreut. Ja. Sonntag ist 12 Stunden Stream um 10 Uhr. Nicht vergessen, Leute. Nicht vergessen. Ich hätte wirklich gern langsamer Hundefutter gefunden. Für den armen Hundi. Jetzt wird er mir schon so oft präsentiert. Und ich habe nichts für den. Excuse me, wo bin ich jetzt gelandet? Oh, im kranken Tanzstudio. Ich sage euch, das wird nicht gut ausgehen. Das wird nicht gut ausgehen. Also diese, ich glaube, dass wir jetzt bestimmt, dass die Ballerina wird eine Endgegnerin oder so. Also eine Kapitel-Endgegnerin. Können wir nicht einfach aufwachen und unseren Film weiterdrehen? Pst, 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 pst. Ich glaube, es war nicht so gut. Das ist kaputt. Es fehlen erforderliche Schlüsselgegenstände. Warte, ich habe eins. Hier. Tachi, Tachi, aber ist kaputt. Ich muss die erst zusammensetzen. Da ist schon das Blut an der Wand. Nein, nein, ich habe es gewusst. Ich wusste es, das Spiel kann nicht auskommen, ohne dass wir uns vor solchen Geistern verstecken müssen. Das war so klar. Tja, sie mag keine Konkurrenz. The Mad Federator. Komponenten der Musikbox finden. Und ihr gleichzeitig aus dem Weg gehen, oder wie? Regeln des Tanzstudios. Bei Verwendung des Tanzstudios musst du die folgenden Regeln einhalten. Wenn die Solo-Tänzerin übt, darfst du dich nicht bewegen, sofern nicht anders angegeben. Wenn du das Training der Tänzerin unterbrichst, hat dies ernste Konsequenzen. Also ich darf mich nicht bewegen. Aber sie darf mich sehen. Ach, unten heißt es sogar Lauf, steh, Lauf, steh, Lauf, steh. Ich will nichts übersehen. Muss sie ja nicht vorbei, oder? Wenn du den Geist berührst, bist du sofort tot. Sie hat mich berührt. Nett umgekehrt. Okay, okay, okay. Aber das ist ja fair. Das ist ja fair. Die war aber schnell kurzen Prozess. Ja, grünes Licht, rotes Licht spielen wir quasi. Genau, und wir kriegen ja sogar eine Hilfe unten. Boah, das ist aber echt sensibel. Boah, nix Tachi-Tachi bei der Dame, ach verdammt. Boah, nix Tachi beendet. Boah, nix Tachi. Boah, nix Tachi. Da komm ich nicht vorbei, rechts, gell? Ich weiß nicht, ob ich da vorbei kann. Tanz mal wieder links rüber. So. Jetzt hab ich die eine, aber von der anderen fehlt ja trotzdem der Schädel. Okay, ich stopf mal die rein. Entkommen der wahnsinnigen Ballerina heißt es jetzt. Sie ist schon sehr anmütig, muss man sagen. Wo ich wohl entkommen muss, wohin? Wahrscheinlich einfach bei ihr da hinten, oder? Ich hoffe. Nein. Nein. Hallo. Hallo? Buddy? Da, ähm, hast du die Dinge sehen? Nein? Nein. 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 Huh? Was ist das hier? Ich verstehe nichts. Boah ey, was haben wir eingeschmissen? Das ist jetzt die Geschichte der Ballerina, oder? Sie ist ja jetzt nicht mehr hinter mir her. Zumindest ist kein Stress mehr. Gretchen, hi. Also, ähm, beim Pizzaessen haben sich die Mädchen gestritten. Sie sind das nicht geträumt. Im mitzielen. Sie sind jetzt. Sie sind sehr unglaublich. Sie sind immer wieder. Zu苓. Sie ist so jungen! Es schrecklich. Vielleicht muss ich sich darauf Gedanken auf etwas anderes. Also sie waren Zwillingsschwestern und die eine war halt einfach nicht so gut wie die andere und dann hieß es, ja, wenn sie aber doch Zwillingsschwestern sind, warum ist die eine dann so schlecht, wurde ausgelacht. Letzte Hoffnung. Sie hat sie verhext, oder? Ich weiß gerade nicht, was ich hier tun soll. Meine liebe Ballerina, was machen wir jetzt hier? Ich habe irgendwas übersehen. Das haben wir nicht gespielt, also das haben wir nicht gesehen. Wir werden eine Komponente halten, um den Hauptpanzer für dieses Jahr zu wählen. Jeder bekommt eine Chance. Glückwunsch. Aber jetzt müsste ich alles haben. Also jeder hat die Chance, Solo-Tänzerin zu sein. Und dann hat sie ihr hier irgendwie für was, keine Ahnung. Ich kann auf nichts zugreifen. Stehe eine Box auf dem Nachtisch. Ach, guck mal. Maske der Wut. Ah, ich musste in die richtige Maske aufsetzen. Maske der Freude. Hier gibt es keine. Maske des Kummers. Verstehe. Also hier ist, ähm, Freude. Vermutlich. Jeder hat eine Chance, teilzunehmen. Sie freut sich. Und sie übt. Verstanden. Wir müssen ihr die Emotionen geben. Die passende. Huch, Höschen. Nicht, nicht, nicht genug. Yöping. Sie kann das so schnell machen. Scheint richtig gewesen zu sein. Dann ist hier Solo-Tänzerin. Was war hier eigentlich das? Principal Dancer again. You are absolutely incredible, Yöping. Da wird sie gefeiert. Ihre Schwester wird gefeiert. Sie mit der Krone ist die Schwester. Und sie ist in ihrem Zimmer und ist, jetzt würde ich sagen, frustriert. Nee. Dann kriegst du die Wut. Wie wär's? Ja. Zerkratzt alles. Die brauch ich. Will ich die haben? Nein. Okay. Ich hab von der die Maske nicht genommen, oder? Darf ich denn Masken haben? Nee, geht nicht. Dann kann es nur noch die sein. Und da ist jetzt die Verzweiflung, weil sie ausgelacht wird von den anderen. Das ist jetzt die Verzweiflung, weil sie ausgelacht wird von den anderen. Das ist jetzt die Verzweiflung, weil sie ausgelacht wird von den anderen. Das ist jetzt die Verzweiflung, weil sie ausgelacht wird von den anderen. Das ist jetzt die Verzweiflung, weil sie ausgelacht wird von den anderen. Das ist jetzt die Verzweiflung, weil sie ausgelacht wird von den anderen. Das ist jetzt die Verzweiflung, weil sie ausgelacht wird von den anderen. Das ist jetzt die Verzweiflung, weil sie ausgelacht wird von den anderen. Das ist jetzt die Verzweiflung, weil sie ausgelacht wird von den anderen. Das ist die Verzweiflung, weil sie ausgelacht wird von den anderen. Und jetzt macht sie dieses Ritual, was wir auch gemacht haben. Sie hat sich gewünscht, dass sie die Solo-Tänzerin ist. Er hat ja gesagt. Okay. Wir haben doch schon mal ein Spiel gespielt, wo es genau um dieses Thema geht. Die zwei Schwestern, Tänzerinnen. Das war Homespeed Home 2. Da ging es genau um das Gleiche. Da ging es genau um das Gleiche Thema und dass die sich dann gegenseitig so manipuliert haben. Wo ist unser Buddy hin, der da mit dem Kopf durch die Wand ist? Die Hand ist die aus dem Trailer, ja. Muss ich das machen? Kann ich das einfach wieder runterfahren? Ich glaube, ich muss. Sie hat das Ritual nicht beendet und wurde deswegen verflucht, ja. Sie hat quasi den Geist nicht wieder, das nicht beendet, so wie wir. Sie hat sich dann einfach totgelangt. Oh Gott, nein, ihre Vorstellung. Wir sind noch nicht fertig mit ihr. Regeln für das Publikum. Bevor du dir die Aufruhrung ansiehst, musst du folgende Regeln lesen. Tänzer während des Auftritts nicht berühren. Ein- und Ausgänge bleiben bis zum Ende geschlossen. Im Sichtfeld der Tänzer nicht bewegen, damit der Auftritt nicht gestört wird. Okay, die gleichen Regeln. Die gleichen Regeln bei der Tänzerin. Auftritt der Tanzabteilung zum Semesterende. Li Yuping. Die Ruhe vor dem Sturm tanzt sie. Titel 1, ruhiger Frühlingstag. Titel 2, der anstehende Sturm. Titel 3, Schreie eines Geisterschiffs. Wir müssen uns jetzt ihre Aufführung geben und wir dürfen uns wieder nicht bewegen, wenn sie tanzt. Und wir müssen aushalten, bis sie fertig ist, weil die Ausgänge werden erst geöffnet, wenn sie ready ist. Okay. Ballettaufführung. Soll ich mich wohin setzen? Da, wo der Kaffee für mich steht? Es gibt sicher noch einen Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Wo willst du? Da! Hey, Buddy! Du musst dich wieder ohrfeigen. Also da hinten im Eck sitzt unser Kumpel und meditiert. Da ist der Kopf von der kleinen Ballerina. Ein Horrorspaß in drei Akten. Genau. Oh nein, unserer Schwester ist was passiert. Ich würde mich einfach hinsetzen. Einfach hinsetzen und still. Nichts tun. Bitte geniht diese Performance von heute Nachts principal Dancer, Li Yuehong. Aber es ist schön gemacht, gell, wie sie da tanzt. Warum muss ich in der ersten Reihe stehen? Setz dich doch immer hinten hin, Mann. Erschreckt nicht so. Du kennst sie doch. Nicht klatschen. Bist du bescheuert? Störe nicht den Auftritt. Oh, hast du gesehen, wie sie an ihr ziehen? Die Geister. Oh nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott, das hat sie nicht gekauft. Wir wussten ja, dass sie irgendwie, dass es hieß, dass es bei ihr Probleme gab, dass sie sich die Augen aus... Aber sie ist gestürzt und ist so gestürzt, dass sie sich an einem Brett ihr Auge ausgestochen hat. Wie eklig ist das? Oha. Also, Tanz der Ballerina. Halte einen Sicherheitsabstand zwischen dir und dem Geist. Bewege dich nicht, wenn sie dich im Visier hat. und sobald sie ihren Kopf dreht, entferne dich umsichtig, damit du nicht getötet wirst. The performance is about to begin again. And now, prepare yourself for an immersive artistic experience brought to you by Giyue Hong. To prevent any accidents from occurring, do not interfere with the performance or touch the dancer. The performance is about to begin again. The performance is about to begin again. The performance is about to begin again. Oh, ups. Äh. Wo soll ich denn hin? Ich soll den ganzen Auftritt überleben, oder? Es lief nicht so gut, ne. To prevent any accidents from occurring, do not interfere with the performance or touch the dancer. Ich soll es einfach überleben, gell. Ich muss es einfach nur schaffen. Also aushalten. Es gibt kein... Es gibt nichts, wo ich hin soll. Es gibt nichts, was ich sammeln soll, gell. Es gibt einfach nur überleben, ja. Boah. 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 Boah, das ist aber schwer. Weil die so schnell kommt und sie nimmt mich ja immer, sie nimmt mich ja immer als Ziel. Boah, Mist, das wird taktisch. Aber siehst du, wenn sie so nah ist, wie soll ich denn, wie soll ich denn dann ausweichen? Schau, die kommt, der dann da gleich so schnell angeschissen. Schau, die kommt. Es hat gespeichert. Jetzt kommt der zweite Teil, oder? Hä, wo war sie denn? Hä, fies? Ich wollte gerade gucken, wo sie ist. Okay, jetzt begeht der zweite Teil. Holy moly. Oh, es wird immer, immer sensibler. Boah, es ist schon schwer. Schnelle sie. Ja, wo war sie denn? Und schon sind sie. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Aber cooles Gameplay mal. Also hatten wir so auch noch nicht, dass wir gar nicht kämpfen mussten oder so oder uns verstecken müssen, sondern einfach nur aushalten. Das war jetzt eigentlich schon ganz cool gemacht, muss ich sagen. Da, ich nehme mal ihr Auge mit. Verstümmeltes Auge. Vielleicht kann ich das dem Hund zum Fressen geben. Der Augapfel wurde aus der verrückten Ballerina gerissen, was als Beweis dient, dass sie tatsächlich als Vorzinserin aufgetreten ist. Ach so, weil es ihr keiner geglaubt hat? Lege ich da hin jetzt, oder was? Dein Auge. Oh. Hat sie sich das Leben genommen, oder? Und das ist der Dämon. Er ist so voll creepy. Schon wieder die Hand. Ich hab sie, ich hab sie, die Figur. Aber was ist ihrer Schwester zugestoßen? Weil es hieß, ein Unfall der Schwester? Die eigentlich hätte vortanzen sollen. I'm sorry. I couldn't come see you. Oh nein. I always hoped that one day we could perform together on the same stage. See you in the next world. Sie hat sie noch nicht mal gesehen. Rest in peace. Wir haben sie freigelassen. Können wir überhaupt Geister dort freilassen? Frag mal so. Den letzten Wunsch haben wir ihr erfüllt. Okay. Jetzt gehen wir mal zu unserem Buddy, oder? Der da hinten in der Ecke immer noch kauert. Bro. Du hast das Beste verpasst. Er hört, er sieht mich nicht. Let's go, man. Let's go. Oder? Jetzt wollen wir noch Ahai finden. Machen wir mit der den gleichen Spaß durch? Kommst du, Buddy. Jog da. Sei nicht sauer. Ich weiß nicht, was zu sagen. Doc. Wenn ich diesen Wunsch gemacht habe, hast du die Hand gesehen? Huh? Hand? Was Hand? Oh, das ist richtig. Du warst ja von einem Geist besessen. Wundert er sich nicht, wo wir hier sind? Hast du keine Angst? Ja, genau. Ehai! Es ist Ehai! Da unten, mit der Laterne. Ehai! Yuhai-Li! Ja! Ja, so wie du. Ist ein Geist, der etwas mit ihr tun? Schau! Nein! Nein, nein! Ahai! Hey! 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 Lass uns doch einen anderen Weg finden. Lass uns doch die Ketten balancieren. Welches Geburt ist das hier? Wie lange hast du hier studiert, Turd? Nein, ich... Oh, die ist auch gar nicht studiert. Oh, und jetzt spielen wir Ehai. Beziehungsweise am Samstag spielen wir Ehai. Wir gucken noch ganz kurz, wie es reinstartet in die nächste Episode. Ah, die Animalaterne. Im Universitätsgeschichtsraum aufbewahrt der Animalaterne soll der magischen Schatz aus dem anderen Palast sein. Neben der Gewährung von Zugang scheint die Laterne weitere unglaubliche Funktionen zu haben. Ah, jetzt ist die Geschichte aus ihrer Sicht, wie sie es erlebt hat. Sie hat es ja gehört. Sie hat es ja gehört. Da stand er. Das Amulett, was er immer getragen hat. Sie hat es gesehen, was ihrer Rolle passiert ist. No, no way. I had a feeling, but... Doc? Rich? They're gone. They're fucking gone. Okay, also so ist sie in das Ganze reingeraten. Wir haben ja das gehört, die Szene, dass sie das dann auch gehört hat. Und sie ist jetzt plötzlich in ihrem... In dieser Geisterparallelwelt. Okidoki. Wir sind Ahai. Und haben gerade unseren... Äh... herausgefunden, dass irgendwie die anderen nicht mehr da sind. Und wissen noch nicht, was los ist. Und warum... Wir hier sind. Findet sie dasselbe? Ja, die Exorzismusanleitung. Ok. Es ist das... Ja, der kraftvolle Schlag, mit dem man den Exorzismus rausprügeln darf. Hat ja funktioniert schon mal. Ich bin sehr gespannt, auf wen sie trifft. Oha! Oh! Oh! That escalated quickly! Huch! Vor den bösen Händen fliehen! Die Arme! Die kommen noch nicht mal... Keine zwei Meter raus. Ja, lau! Lauf, girl! Da rein! Ja, klar. Nimm die Lampe! Genau, die ist gut! Keine Ahnung. Oh, der bringt dich ins... ...verheißend volle... ...Erdgeschoss, oder? Wir haben jetzt unsere Dingslampe... ...die die andere auch hatte. Mit der können wir schießen. Nagen, Benji. Bei ihr geht's gleich richtig ab, ja. Hallo, Meru! Immer diese technischen Unauffälligkeiten. Ja. Boah, ich hasse aufzufahren. Ah, jetzt hat sie die Lampe... ...beschützt. Ja, genau. Niemals, wir sind in B1. B2, wo sind wir überhaupt? Viele Hände, schnelles Ende. Die... ...voll eklig, die ganzen Arme. Schalt die Lampe an. Das ist total bizarr. Ich schätze... ...schätze schon. Wir haben die Animalaterne. Resonanz beim Erkunden. Mit der Animalaterne wackelt diese, wenn sie sich etwas nähert... ...dass sie enthüllen kann. Das ist... Echt? Ihr seht die Lampe. Also, die ist ganz schön zügig unterwegs, die kleine. Bei der brauche ich gar nicht sprinten. Weil die rennt eh recht schnell. Das lobe ich mir. Na. Rüttel, rüttel, rüttel. Bau abgeschlossen. Ach, drei... Und was... Wie schieße ich jetzt? Wie... Was hieß? Ah. Wie da leer saßt du? Weiß nicht. Übersetze es mir. So viel Tod. Wir machen das nicht. Die haben ja beim Bau... ...diese... ...diese Talismane falschrum platziert. Oder sollten sie falschrum platzieren? Und vielleicht haben sie deswegen die Bauarbeite das da schon hingeschrieben. So viel Tod, wir machen das nicht. Dass sie... Die wollten das vielleicht gar nicht falschrum... ...himpacken. Bei Rauch? Oh, Entschuldigung. Ich wollte es gleich mitnehmen. Ein kleines Rauchgefäß mit neun in Sand gesteckten Räucherstäbchen. Üblicherweise wird durch das Entzünden der neuen Räucherstäbchen die Hilfe verschiedener Götter bei Angelegenheiten, die durch menschliche Anstrengungen allein nicht gelöst werden können, ersucht. Hört ihr das? Irgendwer läuft da immer. Das da vorne sieht nicht gut aus. Und fällt es euch auf, der Ton... ...der macht manchmal der Drop, dann ist er still. Und dann kommt er wieder. Ganz merkwürdig. Seht ihr das? Ich höre doch immer, was das bin doch nicht ich, oder? Ein altes Notizbuch. Unser Meister ist in das himmlische Reich übergegangen und wir haben nicht die Macht zu widerstehen. Das Schicksal hat seine eigenen Regeln und nur derjenige, der die Glocke angebunden hat, kann sie lösen. Hallo, Nettnock. Unser Meister ist in das himmlische Reich übergegangen. Wir haben nicht die Macht zu widerstehen. Das Schicksal hat seine eigenen Regeln und nur derjenige, der die Glocke angebunden hat, kann sie lösen. Wer jetzt eine Glocke angebunden hat. So, jetzt kann ich schießen, gell? Oder? Nicht? Ah, jetzt. Muss richtig, richtig nah rangehen. Dann beleuchten wir den Nebelscheinwerfer und dann geht's. Oh, oh, da ist wieder unser grünes Glitschlicht. Was ist das eigentlich? Gut oder nicht, dieses Licht? Was meint ihr? Das Büro des Präsidenten suchen. Ich glaube, da bin ich drin. Boah, das ist ein creepy Lachen. Wer ist es? Ah ja, meine geliebte Tochter. Die Ju. Also echt? Findest du? Ich finde nicht, dass sie ihr sehr ähnlich sah. Ein Helferlichtlein. Das Licht ist grün. Grün ist gut. Okay, grün ist gut. Farbe der Hoffnung. Dass sie das schon nicht verwundert, dass plötzlich ein Zettel auftaucht. Wow. Das ist unglaublich. Okay. Was stand da drauf? Ist es wegen dieser Lantern? Ich würde ausflippen. Wie viele Mal habe ich dir gesagt? Das Rezept wurde arrangiert. Be a good girl and marry Yung-Shu-Wen. Father, do you even know what he's really like? Anyone. Anyone but him. Shu-Yui. You naive, ignorant girl. Where are you going to find a husband as good as this? Look. Look at this relic he gave me. It once belonged to a high-ranking monk. Incredible. Father. He's fooled you. You didn't used to be like this. Er hört gar nicht zu. Er ist so geil auf das Zeug, was er beschränkt. Oh, okay. Ich weiß nicht, was ich zuhören. Tell me. Tell me. You stole it. Despicable winch. Die Arme. Sie ist ein Geist. Die redet er mit ihr ja voll. Da habe ich Schlüssel liegen lassen. Also, er hat... War das Shu-Wen-Shu-Wen-Shu-Yui? Ja, klar. Aren't they dead? Ja. Ich glaube, sie checkt nicht so schnell, was hier los ist. Schlüssel für den Empfangsraum. Ein Schlüssel, der die Tür zum Empfangszimmer öffnet. Während der frühen Bauphase des Darrenn-Gebäudes wurde der Empfangsraum vorübergehend vom Schulgründer an Yan Shu-Wen vermietet. Der es als provisorisches Büro nutzte. Ja, er hat gesagt, schau dir an, was er damit gemacht hat, was du ihm mit dem Raum, den du ihm hinter überlassen hast. Und das ist das Relikt, was er ihm geschenkt hat. Ein bizarrer Fels. Der hat also den Vater damit umgarnt, sag ich mal. Indem er ihm so halb seltene Sachen geschenkt hat, dass er seine Tochter heiraten darf. Die er dann übrigens später mit der Schaufel erschlagen hat, ja. So wie dazu. Ein Feng Shui-Artefakt, das Yan Shu-Wen-Shu-Wen-Shion geschenkt hat, oder? Es heißt, dass es sich um einen kostbaren Steinhandel befleckt mit dem letzten Tropfen Blut eines hocherleuchtenden Mönchs, doch es sieht eher eigenartig aus. Er hat sich ja auch sehr merkwürdig verhalten, der Faddy da. Er war nicht sehr nett. Wo sind sie denn? Da war doch kein Blut dran. Da war doch Blut dran am Stein. Findest du, es sah aus wie Blut? Ich finde, es sah nicht so aus wie Blut. Father of the Year, what goes to? Ich glaube, ich habe sie verpasst. Ah, ich bin falsch gelaufen, gell? Stab. Wieso ist denn das so weit? An einer Stelle sah es auch aus wie Blut. Ich höre sie schon heulen. Boah, Mann, wo sind wir denn? Ich kenne mich nicht aus. Da ist der Hund schon wieder. Ich habe immer noch nichts. Hux, habe ich schon was zu essen? Nein. Hunti! Aber du bist kein Geist, oder? Und du bist auch ein Geist. Und ich kann nichts machen. Es fehlen erforderliche Schlüsselgegenstände. Es bricht mir das Herz. Ich habe bislang so gespielt, dass ich einen armen Hund nicht füttern konnte. Also nur einmal ganz am Anfang. Ich muss mal ganz kurz eine Einstellung annehmen, ob das möglich ist. Ich hatte gehofft, wenn ich auf die Sprint-Taste drücke, dass es nicht einloggt. Aber es tut es bei ihr. Es ist merkwürdig. Hund, was habe ich übersehen? Wahrscheinlich muss ich zum Aufzug. Nein? Ich bin pur. Aber wo ist sie denn? Ist das das Empfangszimmer? Oh, ich habe es. Okay. Ich habe übrigens ja auch eine Map, fällt mir auch gerade ein. Ja, okay, zu spät. Wir haben es instinktiv gefunden. Das ist das Zimmer, was er ihm vermietet hat. Und sie hat gesagt, geh da hin und schau, was er damit gemacht hat. Aber sieht er jetzt nicht weiter schlimm aus. Liebesbrief von Shu. Also von Jan. Wir haben ihn Jan genannt. Und sie heißt Yu, die Tochter. Du bist die einzige lebende Frau, die es wert ist, meine Braut zu werden. Sobald wir verheiratet sind, verspreche ich dir, dich bis ans Ende aller Tage zu lieben. Am 9. Dezember wirst du offiziell meine Braut, meine Ehefrau, meine Lebensgefährtin, meine wunderschöne künftige Braut. Ich platze vor Vorfreude. Herzliche Grüße. Herzliche Grüße. Dein Jan. Herzliche Grüße. Merken uns den 9. Dezember, Leute. Das scheint wichtig zu sein. Vielleicht für den Safe. 0912 vielleicht. Hier gebe ich es ein. Oh, ich glaube. Okay, nochmal. Der 9. Dezember. Das heißt, ich will jetzt erst einmal die 0 einloggen. 0. Aber er nimmt es nicht, wenn ich F drücke. Hä? 1, 2. Ach so, okay. Er nimmt es nur, wenn ich richtig bin. Verstehe. 1, 2, 0, 9. Easy. Eine purpurote Scheibe. Eine besondere runde Scheibe, die mit roten Mustern verzehrt ist. Die fehlenden Kanten an der Peripherie scheinen die Kompatibilität mit einem anderen Gegenstand nahezulegen. Deine Voodoo-Puppe. Eine Stor-Puppe, mit der andere mit einem Fluch belegt werden. Indem man den Namen der Zielperson auf den Rücken der Puppe schreibt, kann man die betroffene Person durch schwarze Magie schädigen oder kontrollieren. Oh. Wen, also den Vater. Oder warte, da steht der. Yisi, Yichu, Wu Wu, Renzi. Also da sind mehrere Leute drauf. Yu hatte recht, wenn ihr Vater... Ja, hättest du ja mal gehört. Artikel über Jan. Architekt gewinnt dank Familie am Hintergrund in Feng Shui-Auszeichnung im Vereinigten Königreich. Er hofft, sich bei der Familie beweisen zu können. Ah, ich weiß schon, wo ich's einstecken kann. Die Scheibe. Building the Future. Ein dickes Buch. Ein klassisches Textbuch über komplizierte Architekturtechniken. Es sieht ziemlich schwer aus, ist aber überraschend leicht. Als würde sich etwas darin verbergen. Du kannst ein leises Rasseln hören, wenn du es schüttelst. Na dann. Mach's auf. Schau. Haben wir ein Glück? Haben wir ein Glück, dass wir das jetzt noch gefunden haben? Auf Englisch, erster Monat, ja. Okay. Destanai. Okay, erst Destanai. Und das. Zack, fertig. Und jetzt? Ach, jetzt muss ich die Dinger schieben. Ah, ja. Moment. Ich weiß. Ich frage hier. Das gehört da oben rein. Dann habe ich wieder Platz für das da. Nein, das kommt da rein. Und jetzt brauche ich das. Dann kommt es da rein. Und dann kommt das. Da rein. Fertig. Nice. Lieblingsaufgabe. Das können wir wenigstens. Danke, Leute. Und jetzt? Oh. So ein schmaler Gang. Okay. Oh. Ach, mies. Oh, hier wird schon Gänsehaut. Oh, und ständig diese Schritte im Hintergrund. Oh Gott. Ja, da rüttelt gleich die Lampe. Da hat er seine ganzen coolen Artefakte hier abgestellt. Die er dann dem Vater geschenkt hat. Hier so ein bisschen Blut. Können wir da runter? Nee, okay. Text zur Anordnung von Knochen und Blut. Dies ist eine extrem unheilvolle Formation, die derzeit fast verloren gegangen wäre. Der Beschwörer nutzt Körper und Skelette, die starben, während die irgendeinen Groll hegten und ordnet die Opfer entsprechend an. Die Opfer müssen einen tragischen Tod sterben, andernfalls sind ihre Körper nutzlos. Mithilfe dieser Formation ist es möglich, extrem mächtige, böse Geister zu erschaffen, die durch das Absorbieren von böser und negativer Energie immer stärker werden. Unter der Beschreibung der Formation stehen einige Notizen von Jan. Eine Grenze zwischen zwei Regionen, die reich an Yin- und Yan-Energie sind, ist am besten geeignet. Und wenn sie das Yin absorbieren kann, Yin-Energie sammelt sich vor dem Tor des Chaos. Wenn die Formation auf einen selbst angewendet wird, muss man versuchen irgendwas. Er hat nach... Er brauchte Körper, die einen tragischen Tod starben. Eine Grenze zwischen zwei Regionen. Und das ist ja das, wo das Darin Gebäude draufsteht. Yin-Energie sammelt sich vor dem Tor des Chaos, wenn die Formation auf einen selbst angewendet wird. Er hat so ein paar Selbstexperimente davor gehabt, oder wie? Oh Gott. Ein Geomantie-Kompass? Ein alter Lu-Pan, der für Feng Shui und Geomantie verwendet wird. Auf seiner Oberfläche befinden sich zahlreiche rätselhafte Symbole in konzentrischen Kreisen. Ohne ein tiefgreifendes Verständnis von Feng Shui oder I Ching wäre es sehr schwierig, die Bedeutung der Symbole und Anweisungen zu verstehen. Okay, das fühle ich. Das verstehe ich auch nicht. Moin, Hallöchen, Dan. Wer kennt die nicht? Guten Abend, Delta. Das sind doch wir. Gucken, also das Mädel, die Ju, die er da fotografiert hat, der hat die gestalkt. Der wollte unbedingt da irgend so ein Ritual durchführen, um das Böseste der Bösen daran zu karren. Ah! Ah! Wie ich euch leid bin, ihr zugedeckten Menschen. Nicht die Irre. Er schrieb all das. Der hat das alles geplant. Das... Ja. Er hat so dunkel und ersterringt. Hm. Er ist hinter all of this. Wenn die legend der B-3 ist wahr, und du kannst Ghosts mit der Tür von Chaos und einem Rettung von Blut und Problemen, dann, die Ghosthands könnte etwas mit Yin Shuwan- Tch! Mr. Yan! Du forgetst, dass du die Tür abzuhren kannst! Hey, Mr. Yen! Mr. Yen! Der hat ihn gefunden? What the hells? Ist es der Vater, der ihn gefunden hat? What is all this nonsense? Oh, er! Ach, er sieht uns nicht. Er hat es damals gesehen, gefunden. Ah, er... Hey... Huh? It's pretty late. Don't want to get found out. He never leaves earlier than midnight. That fella is stranger than a purple shit. Better keep my eye on him. Hat er sie da grad getragen? Also der Militärausbilder, von dem wir dachten, er wäre der Security-Mann. Where... Have I seen him before? Ja, wir dachten im allerersten Part, dass er der Security-Mann ist, aber er war Militärausbilder. Und er hat mitgekriegt, dass der Architekt hier so komische Sachen macht. Ich glaube, er wollte... Er hat die Kleine dann irgendwie... Getragen am Ende. So sah es aus. Also das Kleid und so. Auf der Seite steht Anordnung von Blut und Knochen mit einigen Zeilen unordentlicher gekristelter Schrift. Die perfekte Formation kombiniert mit dem am besten geeigneten Medium zum Beschwören der Anordnung. Warum Geister fürchten? Sie sind nicht durch Sterbliche begrenzt, übertreffen Existenz. Darin ist bereits der perfekte Ort für die Anordnung. Und mit einer umgekehrten Bahur-Formation in seiner rein ureigenen Konstruktion kann es... Whatever. Er hat richtig, richtig üble Dinge hier vorgehabt. Also hat er ja eigentlich gemacht, wenn wir... Also, wir wissen ja eigentlich Stand heute, dass es auch funktioniert hat. Es ist verflucht, die Geister sind da, deswegen sind wir hier. Die Mädchen sind hier schon gestorben. Oh, ich fühl mich grad ganz unwohl, dass ich hier einfach wieder zurücklaufen soll. Ok. Ach. Wo geht denn hin? Wart auf mich! Wo... Wo ist er hin? Oder soll ich jetzt zum Hund gehen? Ich kenne mich... Warte, warte, Karte. Da war der Aufzug. Das Empfangszimmer verlassen haben wir ja gemacht. Ich glaube, dass er vielleicht da zum... Warte, bin ich richtig auf der Seite? Ne, ich muss genau in die andere Richtung. Ich glaube, dass ich ihm hinterher soll. Wahrscheinlich hat er noch versucht, sie aus dem Gebäude zu bringen, bevor sie stirbt und gefangen ist. Gut möglich. Ich habe bei ihm irgendwie ein gutes Gefühl. Ich glaube, dass er ein Guter ist. Verdammt, das ist doch falsch. Das ist doch falsch. Also, es ist schon richtig, aber... Ich wollte eigentlich in das andere. Achso, ich bin da dann Treppen gegangen. Achso, warte mal. Da in die Lobby wollte ich. Verdammt. Ich laufe hier so gern hier rum. Man hört hier immer so laut, wenn die sprechen, dass ich nicht weiß, ob die jetzt hier in der Nähe sind oder ob ich ihnen nach... Oh, oh Gott, ich habe ihn gefunden. Wer hat auf mich gewartet? Danke. Da ist er ja. Honeypoo. Also entweder bin ich zu dumm und weiß nicht, wo sie da stehen. Und er hat was mit der Krankenschwester am Laufen. Hat er nicht am Anfang erzählt, dass seine Frau... Ah, wisst ihr noch, ganz am Anfang, als wir ihn kennengelernt haben, da hat er doch, ähm, uns genau das Bild von seiner Frau gezeigt in der Cafeteria, als wir mit dem so ein bisschen gequatscht haben. Wo er dann gesagt hat, meine Frau war so hübsch und so eine tolle Krankenschwester und dann hat sie das Bild angeschaut und hat gesagt, das ist brutal alt, das Bild. So in der Art, wie soll das sein? Wie soll das gehen? Liebesbrief An meine geliebte Frau. Ich habe einen Kollegen, der Blumen liebt, gebeten, mich zu unterrichten und dieses Mal wurde die Blume so behandelt, dass sie länger hält und intensiver duftet. Irgendwas, Gänseblümchen. Ich sage immer, dass ich den Namen der Blumen nachschlagen werde, aber vergesse es immer wieder. Aber das ist nicht wichtig. Sie ist auch ohne einen Namen schön. Das Wichtigste ist, dass du sie magst. Dein Zuckerschnütchen. Das ist sie ja. Ja, er erinnert euch. Das war eigentlich voll die süße Geschichte. Ein Tauschtagebuch. Oh Gott, wie süß. Das habe ich auch mal mit meinem ersten Freund gemacht. Ein Tauschtagebuch. Immer wenn... Er hat reingeschrieben, wenn wir es nicht gesehen haben und dann habe ich reingeschrieben und so. Poesiealben sind was anderes, genau. Hatte ich aber auch. Heißer Hengst. Honigmäuchen, du fühlst dich sicher einsam in dieser trostlosen Darin-Gebäude. Mach dir die Vorbereitung, der neuen Krankenstation zu schaffen? Sobald das Gebäude fertig ist, beantrage ich eine Versetzung dorthin. Dadurch kann ich dich häufiger sehen. Geliebte Ehefrau. Ich freue mich einfach, dass du so oft vorbeikommst. Ich bin mir nicht sicher, ob du überhaupt deine Arbeit machst. So geflirtet in dem Büchlein. Da zittert selbst meine Lampe. Das ist so spannend. Honey! Zongyung, warum bist du so strange? Hey, du hast dich nicht vergessen, dass heute ist unsere wedding Anniversary, did du? Hier, das ist für dich. Ah, du... Hehehehe. Hehehehe. Hey. Hwang Zongyung. Hey, what is it? Ah, sexy? I'm just... worried. Okay. Girl, Zhu Yu Yi. Her father set her up to marry Yan Xu Wen. Mr. Xu is just about to send out the wedding invitations. What's he thinking? That man's bad news. Something's up with him. How could I not? He's turned that damn reception room into his own secret bunker. And it's nothing but bad juju around here. That's not normal feng shui. It's dark magic. Real bad stuff. If you run into him, be careful. You got that? Okay, okay. you two. Haha. I just can't wrap my head around what Mr. Xu is doing. Giving his daughter to that weirdo. It's none of our business. Weirdo. Yeah. Yeah, you're right. Well, I'm off to work. I'll come get you when you get off, sugarpoots. Sugarpoots? Sind die süß. Schade. Bitte sei nicht creepy. Oh Gott. Oh Gott. Telefon. Hallo? Ich geh mal ran. Will ja höflich sein. Ja, bitte. Huh? Huh? Miss Tan. It's me, Yoyi. You? I'm sorry, but, but, it's about me and Yan Shuen again. But this time, it's good news. He said we can talk about ending the engagement. When? Midnight in the parking garage. Will you come over in a little bit? Okay. Okay. Yeah, I'll be careful. Bye. 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 Heißt das? Also warte mal kurz. Die Ju hat bei der Krankenschwester angerufen und hat gesagt, hey, ich habe gute Neuigkeiten. Der Typ will die Verlobung mit mir lösen, weil sie will ja nicht mit ihm zusammen sein. Und hat jetzt die Krankenschwester zu ihr gesagt, wir treffen uns heute um Mitternacht im Krankenhaus, äh, im Parkhaus. Das ist doch ist doch irgendwie ist doch irgendwie auch falsch. Sie weiß doch, dass der Typ, oder sie hat ja doch mit dem, mit ihrem Mann gerade gesprochen, dass der Typ total creepy ist und eigentlich wollen sie verhindern, dass sie mit ihm zusammen ist. Mero, dankeschön. Ich gucke nach dem Spiel gleich rein. Zuerst muss ich mich hier durch ein Loch, warum ist hier ein Loch? Keine Ahnung. Jetzt ist jemand durchgebuddelt. Und jetzt sollen wir, ähm, ins B2 Parkhaus gehen. Da habe ich richtig Bock drauf. Guck mal, Süß, er hat von ihm auch ein Bild rumstehen. Er ist einfach ultra sympathisch, muss man sagen, gell? Das kann nur schief gehen, das sehe ich ja absolut genau. Shu Wen? Oh, wir gucken mal, der Aufzug geht. Ich höre ihn schon. Wo war er denn? Hunti, ich habe nichts für dich. Es tut mir leid. Ich muss jetzt mit dem blöden Aufzug fahren. Was wollte sie von ihr im Parkhaus? Du musst dich bruseln, nicht ich? Warte. Toll. Oh. Super. Weiße High Heels. Oh, oh. Ein paar weiße High Heels blutverschmiert. Sie sind Überbleibsel vom Tatort des Mordfalls. 1960. Spuren von Blut im zähen Bereich der Schuhe zeigt Yu's verzweifelten Versuch zu entkommen. Hat er sie hier unten niedergemetzelt, gell? Ja. Oh, er hat ihr doch mit der Schaufel eins übergebraten. Sie rumpelt schon. Ich lasse dich zu holen, so dass du die Wahrheit verletzt hast. War das nicht genug? Oh! Und du denkst, du kannst du jemanden finden, um die Schuhe zu entdecken? Vielleicht bin ich zu sehr gellig mit dir. Schuhe. Ich mache nichts mit meinem Vater. Otherwise, ich werde dich für immer. Ha 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 ha! Du denkst, ich werde dich einfach verlassen? Als die Magik-Circle ist complete, und ich bin wiedergebrannt, ich komme für dich. Was? Was bist du? Mein liebster Yu-Yi, der Zeit ist fast hier. Sei eine gute Frau und warten für mich. Yu-Yi? Yu-Yi, ist das du? Ich hörte dich schäuert. Are du okay? Oh nein! Ich werde dich schäuert. Oh! 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 Miss Dan! Are you okay? Who are you? Help me! I don't want to die here! I don't want to die here! He-I-I-I! Oh mein Gott! Oh mein Gott, okay! Also, wir müssen uns da jetzt durchkämpfen, aber wir reden gleich drüber, was hier passiert, okay? Verwende die Energie zum Entfernen der Geisterhände, die deinen Weg blockieren. Ich hoffe, dass ich das klar kriege. Ach so. Ja, mach doch. Meine Lamp ist noch nicht wieder aufgeladen. Geh weg, meine Lamp ist noch nicht aufgeladen. Eine Runde drehen wir noch mit ihm. Okay, jetzt. Eine Katze, eine Katze, eine Katze, lau. Nein! Ah, die Lampe war noch nicht ready. Oha, aber brutal, die Szene. F, 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 F! Ach so. Falsches Hausbruch! Katze, Mann! Gleich ist meine Laterne voll. Ich habe noch nicht mit ihm. Nein! Ach so. Ja, das wird schlecht. Okay. Man kann ihn zum Glück richtig gut lupen. Voll der Stress, ja? Nimm mal diese nette Stimme. Nimm deine Lampen mit. Krass. Hey, nur noch mal kurz zu der Szene. Also wir haben gesehen, wie der Jan die Ju niedergestreckt hat und dann hat sie doch gesagt, ja, ich werde dich für immer heimsuchen, wenn du meinem Vater was tust. Und er sagt nein, weil wenn das Ritual fertig ist, dann werde ich zu dem Dunklen und dann werde ich euch heimsuchen. Dann hat ihnen die, dann hat die Krankenschwester die beiden unterbrochen und dann hat er sie auch umgebracht. Und ich glaube, dass er in dem Moment, wo er sie auch umgebracht hat, quasi seine Opferanzahl fertig hatte. Dann hat er sie so übelst in diesem Aufzug erhängt, was ich endkrass fand. Und dann hat er sich verwandelt in dieses Monster. Aber, was ich ein bisschen komisch fand, wir haben gesehen, dass die, also wir haben die Ju nicht sterben sehen. Sie hat dann noch gefragt, wer bist du? Hilf mir. Sie war die Einzige, die uns sehen konnte. Perfekt, Janine, danke. Merkwürdig, oder? Wiesel. Danke fürs Verlängern. Wild, aber mit ihm ging's jetzt, finde ich, relativ simpel, weil er sich so gut lupen ließ. Also er ist ja wirklich strikt hinter uns hergeflogen, deswegen konnte man den relativ easy weglupen. Und dann war es auch okay, dass die Lampe so langsam lädt. Ihr habt das jetzt nicht gesehen, das ist hinter meiner Facecam gewesen. Es ist so eine Raute, die da dann so auflädt, bis sie wieder Schuss hat. War ein bisschen langsam, aber dafür, dass er, er war ja zum Glück kein krasser Gegner, deswegen ging's. Wenn man das im Spiel für zu schwierig erachtet, dann kann man das in den Einstellungen, kann man das Laden der Lampe sogar ausstellen. Also wenn ihr selbst an der Stelle im Spiel seid und völlig durchdreht, dann würde ich empfehlen, das Laden der Laterne abzuschalten. So, und wir sind jetzt... Es hieß, irgendwas wurde aktualisiert. Aber ich weiß nicht genau, was aktualisiert wurde. Wir sind jetzt wieder im Jahr 2016. Oh, na toll. Ist das nicht toll? Eine roter Ballon. Ein roter Ballon mit einem Geistergesicht zeigt die boshafte Persönlichkeit des Künstlers. Dennoch, es ist nicht klar, warum er da ist. Er sieht nicht wie etwas aus, das Studierende während des Unterrichts in das Gebäude bringen würden. Geheimnis aktualisiert man. Achso, war das jetzt, weil wir ein Geheimnis gefunden haben. Wo soll ich hin? Achso, ich soll einfach meine Freunde finden. Gehen wir doch mal den Blutspuren nach. Buddies. Er lügt. Ah, jetzt sind wir in diesem Museumsteil. Dieses Gebäude wurde von einem ausgewanderten Architekt mitworfen. Im Laufe des Jahres hat es unzählige Auszeichnungen gewonnen. Ja, das wissen wir. Da kam die Lampe her. Fertigstellung des Darain-Gebäudes. Schulgründer posiert mit dem Vorstand. Vorführraum. Hä, die saßen da vorher noch nicht, oder? Ein bekannter Thriller über die Geschichte einer Schwester, die ihr Leben riskiert, um ihren Bruder zu retten. Beide sind Studierende an derselben Universität und die jüngere Schwester des Jungen wagt sich mutig nachts auf dem verhexten Campus und sucht nach Hinweisen, die er zurückgelassen hat. Um ihn vor rätselhaften Vorfällen zu retten, die ihn in ein mysteriöses Koma versetzt haben. Das ist quasi für dieses Spiel hier das Trailerbild. Die saßen da vorher nicht. Das ist zu, wo wir zu Beginn, genau, wo wir weggelaufen sind. Darum denke ich ja, dass der Nachtwächter versucht hat, Juyuyi aus dem Gebäude zu schaffen, weil sie noch gelebt hat. Ja, es kann sein. Ich trinke wieder meinen Fenty-Amskümmeltier. Guck mal, was hat sie da? Eine Sicherung. Eine Ersatzsicherung, die die Stromversorgung der Stahlrolltür bei einem Stromausfall wiederherstellen kann. Das ist gut, danke dafür. So, liebe Klasse, wir schauen heute einen Film, weil ich habe keinen Unterricht vorbereitet. Okay, ich habe eine Sicherung, um das Rolltor zu öffnen. Will ich es wissen? Nee, schon okay. Ich weiß nicht so genau, wo wir langen sollen. Vielleicht haben wir... Vielleicht müssen wir wieder nach unten, nach oben. Na, ich weiß nicht. Darum handelt der Film. Er im Koma und seine Schwester versucht, seinen Geist im Gebäude zu finden. Darum handelt der Film. Rette mich, das hat sie ja gesagt. Okay. Also nochmal, der Film zu dem Spiel, oder woraus der Spiel entstanden ist. Dass er im Koma ist und seine Schwester versucht, seinen Geist im Gebäude zu finden. Ach krass. Die haben sich wieder hingesetzt, die Puppen, ja. Ist das hier das Rolltor? Ich habe da eine Sicherung. Und jetzt? Hätte ich vielleicht erst die... Warte, ich hätte mal erst die Anweisung durchlesen sollen. Wie wäre es damit? Das ist witzig, das kriege ich hin. Ich bin traurig, dass ich immer noch nicht dem Hund was zu fressen geben konnte. Im Ernst? Okay, okay, Leute. Ich weiß ja nicht, was die noch vorhat heute. Aber ich habe vorsichtshalber mal... ...ein Behüter... ...ein Behüterli gezogen. Komm, wir machen noch eine Runde im Computerraum A. Falls wir hier ein Hundefutter finden. Das haben wir doch alles schon mal... Oh mein Gott, wie viel ist das? Damit habe ich nicht gerechnet. Der war nice. Der war nice. Okay, der... Okay. Okay, der war gut. Was war denn das? Das war die Computer... Die Computerlehrerin, die IT-Lehrerin. Holy moly, das hat mich aber erwischt. Weil ich gerade noch so sagen wollte, das haben wir doch schon gesehen. Da ist doch nichts, weiß ich doch. Ja, haben die sich auch gedacht. Lass mal die... ...die voreingenommenen Spieler... ...die glauben alles schon zu wissen... ...jetzt mal richtig... ...packen. Indem du einfach nur eine alte Schrulle in den Schrank packst. Büro des Archivars. Zu. Wo sind meine Buddies? Oh, es wurde gespeichert. Handy? Den Ursprung des Geräuschs finden. Das ist ein Handy. Da. Michi! Oh, süßi. Schau, der hat auch das überlebt von dem Dude. Doc? Das sieht nicht aus Docs Telefon aus. Also, wer könnte es sein? Hallo? Hallo? Lian Shuyu! Was? Lian Shuyu! Hallo? Lian Shuyu! Lian Shuyu! Ist das der Reporter, der Doc mit dem Interview machen würde? What's she doing here? Ah. Und ist das der Militärinstruktor? Was? Ja. Das ist die Reporterin. Und der Militärausbilder oder unser Sicherheitstyp, der zieht die gerade raus. Ich sag euch, der will nicht, dass die hier ist. Der meint das bestimmt nur gut. Der schleppt die genauso raus, die Reporterin, wie er die Yu rausgeschleppt hat, oder? Hättet ihr jetzt auch gedacht. Oder nicht, Chad? Aber wo hat er die entlang geschleppt? In seinen Kapu? Nee. Das sind auch nur seine Schuhe. Hühner-Essenz! Nimmst du nicht mit? Hätte ich doch vielleicht dem Hund geben können, Mann. Ich komm nicht raus! Was? Warum nicht? Okay, ich komm hier grad nicht mehr raus. Also ich hab irgendwas Wichtiges hier zu tun. Campus-Mord fordert zwei Leben. Die Lehrerin namens Tan Yumai, das ist die Krankenschwester, opfert sich zum Schutz eines Studierenden und wird um Mitternacht vom Täter getötet. Das haben wir gesehen. Ein Buch über Feng Shui. Ein klassischer Text über Metaphysik und Feng Shui mit mehreren hervorgehobenen Abschnitten. Der erste Tag des siebten Mondjahres ist der Tag, an dem sich das Geistertor öffnet und Geister aus der Unterwelt in das Reich der Lebenden zurückkehren und starke Yin-Energie mit sich führen können. Das Tor schließt sich erst am letzten Tag. Der 22. August ist der erste Tag des siebten Monders im Mondkalender. Und das ist die Blume, die er ihr geschenkt hat. Oh, die ist auch voller Blut. Ich glaube, dass er es sich zur Aufgabe gemacht hat, dass er das versucht umzukehren. Ja, lang aus. Warum ist er so böse drauf? Oder weil alle Geister böse werden, wenn sie hier sind? Hey, Nesi. Also irgendwo muss die Reporterin hier sein. Er hat aber irgendwas geholt, oder? Das hier? Oh, Mitternacht. Ah, ich weiß, ich weiß. 9. August war das, oder? Hä, und wie mache ich das Datum? Da. Das ist der Monat. 9. August. 22. August? Als ob sie das nicht vorher aufgekriegt hätte. Okay, jetzt habe ich den Schlüssel zur Krankenstation. Notiz. Zon-Yong, ich war froh zu sehen, dass du das Armband trägst, das ich dir letztes Mal gegeben habe. Ich weiß, dass du nicht allzu gläubig bist, aber lieber Vorsicht als Nachsicht. Ich habe ein weiteres, nur für den Fall, dass du das eine verlierst. Oh Gott, wie süß. Die haben sich beide versucht, so irgendwie abzusichern. Gell, Schutzarmband. Die wussten, dass der was Böses vorhat. Ich glaube, jetzt kommt der Zeitpunkt, um meine schwarze Menschenpämmige Regenjacke aus meinem Augenwinkel zu entfernen. Ja, du hast... Ach, Nesi. Oha, gute Besserung, Nesi. Ich denke, nach Mitternacht ergreift die böse Dunkelheit auch von ihm Besitz, sonst versucht er zu helfen. Ja, das kann sein. Ja. Ich hätte das Schutzarmband genommen. Bin ich ehrlich. Hühnerschenkel? Eine extrem lebensechte Plastikhähnchenkeule. Es scheint eine Art Kauspielzeug zu sein, hieß es. Okay, ich habe sie eingesteckt. Vielleicht kann ich das dem Hund geben. Ich mache es nochmal. Vielleicht begegne ich dem Hund nochmal. Also ich habe ein Spielzeug für den Hund. Nichts zu essen, aber ist ja auch ein Geist. Also kriegt er ein Spielzeug. Wo will ich eigentlich hin? Den Reporter finden. Oder besser, die Reporterin. Und ich habe Schlüssel zur Krankenstation. Die ist... ...da hinten. Dann lauft man so. Dann versuche ich jetzt da rüber zu laufen. Es hieß, er soll mich bestenfalls nicht finden. Also keine Ahnung. Wir wurden auch schon lange nicht mehr gespeichert. Krankenstation. Falscher Hühnerschenkel. Hühnchen. Also nur nochmal kurz so zum Überdenken. Der Hund war hier nirgendwo zuletzt, oder? Weiß jemand gerade, wo sich der Hund befindet? Wenn ja, dann sagt mir Bescheid. Dann bringe ich kurz dem Hund den Hühnerschenkel. Aber ich glaube... Ich habe ihn hier noch nicht gesehen. Der Hund ist ziemlich am Anfang gewesen. Ja, wir sind ihm schon ein paar Mal noch begegnet. Nahe der Toiletten. Aber dann im Obergeschoss, gell? Aber... Ja, wir werden ihn schon nochmal sehen. Unter der Treppe... ...an der Hütte. Unter der Treppe... Unter der Treppe... Da unten. Aber er ist nicht da. Wautschi. Da ist er! Ich habe den Hund gefüttert! Wer noch mit einem Spielzeug... Oh! Oh! Wer gibt mir dafür ne Wurscht? Ein Würstchen, das vom Pudi, dem Schulung geschenkt wurde... ...sein warm und verführerischer Geruch weckt... ...neugebenzüglich seiner Herkunft. Ach, göttlich! Wie der Hund dahin geschwebt ist! Das war es wert. Das war es wert. Der hilft uns bestimmt irgendwie. Ich weiß nicht. Ich glaube, du kriegst nur Sammelobjekte. Weil irgendwas wäre mit dem Sammelobjekt eingetauscht. So. Äh... Krankenflügel. Hey! Der Herr... Darf ich vorstellen? Herbert. Besser wird's nicht. Okay, wir haben gespeichert. Das ist das Loch. Was zur anderen Seite bestimmt führt, oder? Zu dem anderen. Krankenflügel. Wir haben uns noch gewundert. Warum ist hier ein Loch? Da krieg ich doch natürlich rein, weil ich hab ja nichts besseres zu tun. Yay! Was heißt, mein Lernschel auch? Herbert. Geil, oder? Ah, hier blutet's schon. Warum ist hier ein Loch? Warum hast du eine Lampe? Gut, gell? Blutiger Ausweis. Mitarbeiterausweis von Sulian. Blutverschmiert. Oh, von der Reporterin. Es heißt, Offenbarung aktualisiert. Blutiger Ausweis. Achso. Okay. Ist sie da auch schon durchgekrochen? Sind wir mit ihr da durchgekrochen? Wieso kommen wir das hier irgendwie bekannt vor? Ich seh da wen stehen. Oder bilde ich's mir nur ein? Seht ihr auch wen stehen? Mit einem, äh, mit irgendwas in der Hand da bei dem Vorhang? Ah, es hört sich hier nicht gut an. Ah, es hört sich hier nicht gut an. Das war nur der Stuhl. Schau mal, ne fette Taschenlampe. Willst du sie nicht mitnehmen? Artikel zum Aufzugvorfall 2000. 8. Juli 2000. Mysteriöses Verschwinden am Campus. Wenhua, Studentin verschwunden. Alte Überwachungskameras beschädigt. Polizei veröffentlicht nur verbliebenes Bildmaterial. Das Tauschtagebuch. Die Frau. Ich freue mich einfach, dass du so oft vorbeikommst. Ich bin mir nicht sicher, ob du überhaupt deine Arbeit machst. Ehemann. Dem Himmel sei Dank, dass du für diese Segen gebetet hast. Andernfalls wäre ich nie wieder zu Verstand gekommen. Vergiss mich nicht. Vergiss uns nicht. Ich kann dich vielleicht nicht rächen, aber ich hätte dich zumindest befreien sollen. Yin und Yang können ohne einander nicht existieren. Es gibt eine Möglichkeit, aber meine geliebte Frau, was würdest du an meiner Stelle tun? Er hat... Ich kann dich vielleicht nicht rächen, aber ich hätte dich zumindest befreien sollen. Notizbuch. Die Uni ist seit vielen Jahren abgeriegelt und viele elektrische Geräte von damals sind beschädigt. Es gibt nur eine Sicherung für die Brandschutztüren, weshalb ich sie immer wechseln muss, wenn ich eine öffnen möchte. Vielleicht geht eines Tages auch diese kaputt. Die Zeit verstreicht und die Blumen, die ich hinterlassen habe, sind verwelkt. Wunderschöne Ehefrau, bitte vergib mir, dass ich dir keine Blumen bringen kann, um dich zu beruhigen. Entscheidender Intel. Ah, da will ich unbedingt durch. Ich höre schon irgendwas da hinten kotzen. Hier waren wir im ersten Teil. Schon, gell? Es kommt einem bekannt vor. Hier ist ein bisschen viel Blut. Eine Sicherung? Ein Lippenstift. Okay, es ist kein Blut, es ist nur Lippenstift. Oh, es ist so verdächtig still. Ich ahne Übles, die habe ich auch. Das ist durchgestrichen. Ich weiß aber nicht, was es heißt. Was tust du? Willst du da jetzt hoch? Die ist doch da nicht hochgegangen. Das ist doch keine logische Verfolgung, was sie da macht. Was liegt da drüben auf dem Tisch, Mann? Nein, tu das nicht. Nein. Niemals. Oh Gott, ist das schlimm. In die Zwischendecke. Oh Gott, bist du deppert. Oh Gott. Es war so klar. Jetzt hast du sie an der Hacke. Oh mein Gott. Hättest du sie nicht einfach in der Decke lassen können? Der hat da oben so in Ruhe rumgekrabbelt. Ich wusste es. Ich auch. Nicht identifizierte Blume? Eigentlich haben wir ja dieses Run. Aber ich glaube, nur gegen Bits. Ist das die Trulla? Ich weiß nicht genau. Nutze die Laterne auf der Suche nach Blumen, mit denen die heilslose Gemahlin, ja, das ist seine Frau, abgelenkt werden kann. Das ist jetzt seine Frau. Sie ist dort auch gestorben. Ihr Geist ist auch dort gefangen. Es ist nach Mitternacht. Sie ist schlecht drauf. Und sie lässt sich von Blumen ablenken, weil sie immer Blumen von ihrem Mann geschenkt gekriegt hat. Nutze die Laterne auf der Suche nach Blumen, mit denen die heilslose Gemahlin abgelenkt werden kann. Er hat sie ja, weil er hat sie doch in diesem Aufzug, er hat sie ja mit dem Aufzug stranguliert oder was, also da aufgehängt, deswegen hat sie keinen Hals. Und jetzt versuche ich mal dazu, der Blume vorzulaufen. Ah! Okay, wir haben gespeichert. Ach, sie war auch die, die wir im Dings erwischt hatten. Ah! Scheiße. Sie war auch die, die in der Cafeteria war. Ich brauche erst mein Elektroteil. Oh, Mist. Du bist an einem vorbeigelaufen. Hä? Echt? Boah, das stresst mich. Nee, doch nicht. Okay. Die Lampe ist geladen. Ich kann hier eins verpassen. Ich muss nur gerade herausfinden, wo es ist. Du kriegst mich nicht. Mist. Der Hebel wär's. Ich dachte auch, vielleicht kann man die da wieder rausnehmen. Mensch. Mensch. Also ich kann zumachen. Achso, wenn ich zumache, kriege ich die, achso, dann kriege ich die Komponente. Jetzt muss ich nur herausfinden. Wie ich dann halt wieder dahin komme, habe ich eine Map. Aber da war es doch richtig, oder? So, ja. Okay, gespeichert. Oh mein Gott. Ich muss kurz die Luft holen. Boah, hektisch. Die stresst mich, die Gute. Aber meine Lampe ist gerade voll geladen. Wir können ja eine verpassen. Jetzt habe ich wieder kein Elektroteil. Boah, okay, okay, okay. Es wurde gespeichert. Eigentlich auch nicht wert, sich jetzt von hier einmal erwischen zu lassen. Aber ich glaube, wir müssen da hoch. Ist jetzt wohl angespannt im Campingstuhl. Okay, ich glaube, ich muss das jetzt nutzen. Oh nein, ich habe nicht mitgekriegt. Irgendwas hätte die Lampe von mir gewollt. Oh, du hast Blumenblätter. Wer bist du? Ach, die ist die Reporterin. Cool. Achso, dachte wir verstecken uns. Wir sind völlig entspannt. Und du bist... Yuhaila, aus dem Filmclub. Just call me Ahai. Und dann gibt es Rich und Doc. Er ist derjenige, der dich kontaktiert. So, wo sind sie? Ach, etwas freaky hat und wir gespeichert wurden. Nichts Wollt, wir finden sie, ich versuche. Ja. Okay, danke. Also, wir sind jetzt cool, wir sind jetzt cool und entspannt. Irgendwas wollte meine Lampe mir noch zeigen, aber... Ich war so im Stress. Hab ich nicht mitbekommen. Aber cool, ich hab die Reporterin gefunden. Meine beiden Dudes. Nicht? Die war stressig, die Krankenschwester, ey. Ich weiß nicht, in Tülle immer nur diese Teile. Und was sind das dann für Geheimnisse, bitte? Kultsymbole. Hab ich doch schon gesehen. Ein unbekanntes Gemeldet, das einst in die Schulwende ge... ...ge... 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 Das Licht der Laterne, darum wurde sie im Toten existieren. Es scheint von ritualer oder religiöser Natur zu sein. Ist das eine Art von Glauben? Ja, das ist der Fluch, oder? Oh, danke. Oh mein Gott, auf sowas flieh ich an. Wer ist das? Ja. Huang Ting Ting. Huang Ting Ting? Wie der echte Huang Ting Ting? Also sie... Ich sah ihren Körper in B3. B3? Das ist die aus dem Aufzug. Das Mädel, was sie im Aufzug merkwürdig verhalten hat. Juan Ting Ting. Sie hilft uns. Warum ist sie nicht böse? Frage ich mich. Alle Geister werden um Mitternacht böse, aber sie nicht, scheinbar. Kommst du, Girl? Bitte. Wow. Knapp daneben. Ah, okay. Oh, was sind wir denn jetzt? Im Ritualraum der Schule. Ja, da zittert das Laternchen. Was habe ich auch... Ach, da ist sie. Okay, ich habe nur ein bisschen Angst. Sie hat es gefunden damals. Was chillt eigentlich die Reporterin? Hätte ihr ein bisschen rum experimentiert, die Gute, hm? Okay, cool. Sie hat... Okay, weiter. Sie hat also das Licht ausgemacht und dadurch hat sie das aufgemacht. Kommst du mit oder bleibst du jetzt hier stehen? Also ich würde mich ein bisschen wohler fühlen, wenn du mitkommst, bin ich ehrlich. Ich glaube, sie fühlt sich hier ganz wohl. Ich gehe dann mal alleine. Wo ist's? Kommt sie? Okay, jetzt schock sie doch. Chat, seid ihr noch da? Okay, cool. Wo sollen wir denn da jetzt bitte reingeraten? Hier gehört sicher etwas hin. Frag sie. Guck mal, warum sind ihre High Heels eigentlich immer noch perfekt weiß? Wenn sie durch die Hölle gegangen ist. Bitte was, es ist so spannend. Ja, alles gut, okay. Chat so still und ich so Angst. Aha. Beim Anleuchten aus verschiedenen Winkeln scheint der Schatten verschiedener Formen zu projizieren. Cool. Dann stopfe ich das da rein. Dann leuchte ich's... Ja, hab's gleich. Kann ich mich nicht ein bisschen anders hindrehen? Warte, muss ich's... Achso, ich muss es ergänzen. So. Hab's, 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 so. Nice. Da schaust du was? Völlig ergriffen, die gute. So, Endboss, komm. Oder, oder wie? Kann nix drauf tun. Warten wir wieder auf unsere Geister? Kollege? Das Siegel erfordert alle vier Symbole. Okay. Kreis von Wu. Prüfe den Status der Formation, indem du die Laterne mit dem Spiegel verwendest. Was? Jetzt wird's immer wilder hier. Hallo, ich benötige eine Erklärung. Ich kann hier nichts... Ah, jetzt. Stellen Sie die Laterne hier ab. Das ist der Dunkle. Der Typ. Oh, oh. Ja, die zwei. Ja, klar. Ach, ich hätte anrufen sollen. Gute Idee. Wollen wir nicht hier erst dieses merkwürdige Rätsel, in das wir hier reingelaufen sind, lösen? Geh nicht mit, lass mich nicht alleine. Okay, ich löse das Rätsel alleine. Ciao, ciao. Hä? Oh, nein, geht da nicht rein. Nicht ohne Dampfe. Und jetzt würden wir Wu Zim Nan spielen. Der Kreis von Wu, die taoistischen Priester des Anan-Palasts, die den bösen Geist, der das Daran-Gebäude heimsucht, nicht eliminieren könnten, hatten keine andere Wahl, als einen Kreis von Wu zu nutzen, um die Bewegungsfreiheit des Geistes vorübergehend einzuschränken. Im Laufe der Zeit hat das Siegel jedoch an Macht verloren. Ist sie jetzt tot oder wie? Nein, nein, sie nicht. Lass mal gucken. Jetzt sind wir der Wu Zim Nan. Der mit dem Schnubbert. Der mit dem Schnubbert. Hi, Victoria. Rich! Yo, Rich! What happened to your arm? Nothing. Must be some dirt or something. Oh. Hey, where are we anyway? Come on. Come on. What's up? Is that balance sheet or what? It looks good. Das heißt, wir spielen jetzt den letzten und jetzt sollen wir Ahai finden. Leute, können wir ganz kurze Pipi-Pause machen? Zurück zum Spiel. Rich, was ist das? Ich denke, es ist jemanden Seid, aber ich weiß nicht, wer. Es hilft mir, dich und Ahai finden. Dann können wir es folgen, richtig? Aber... Was ist passiert, Rich? Du willst immer etwas sagen, aber dann stoppt du dich. Ich bin gut. Ich bin einfach überraschend. Ja, das muss es sein. Lass uns gehen. Rich, was ist das? Gefangene Geister in der Universität oder in diesen vier Dingern? Gefangene Geister in diesen vier Teilen? Universität, Bauer, Machtgehabe. Get checked. Ach, ich soll mir wünschen, den Ohr zu verlassen. Ich glaube, es dauert uns, einen Weg raus zu finden. Lass uns gehen. Diese Teile sind jetzt gerade erst erschienen, gell? Eins, zwei, drei, vier. Zwei. Eins. Kann ich ihn ansprechen? Wann in der Hölle werden wir Ahai finden? Wir können nicht hier zu lange bleiben. Lass mich sehen, ob ich sie kenne. Sieht, wie wir sie auf unserer eigenen Wohnung finden müssen. Ja, du bist richtig. Kerzenlöscher. Spezielles Werkzeug zum Löschen von Kerzen. Wir müssen die richtige Reihenfolge löschen. Verstehe. Und eins ist das, wo in der Mitte offen ist. Das hier. Zwei sind alle drei zu. Also glaube ich jetzt mal. So machen wir es jetzt mal. Dann ist drei zu zu ganz. Vier ist unten. Und fünf ist oben. Nur oben. Da ist der. Da war. Oh mein Gott, da passt du doch nicht mehr durch. Oha. Ich hätte mich nicht getraut. What the hell was up with that Earthquake? How the shit would I know? Did you press some secret switch or something? Nope. Did you? No. I seriously thought I was gonna die. Well, what do we do now? Yo, over there. The Green Lord. Aber was hat der Ritchie an seinen Händen? It's that spirit again. You have got to be kidding me. Hat er das von dem Ritual? Warum hat er so Verbrennungen an den Händen? Oder was habe ich nicht mitbekommen? Als wir ihn gespielt haben? Altes Notizbuch. Dieser böse Geist unterscheidet sich von den anderen Ghulen, denen wir begegnet sind. Er versteht Feng Shui und Geomantie-Formationen und stellt eine verwirrende Existenz dar. Wir versuchten, ihn aus dieser Welt zu verbannen, doch unser Plan ging nach hinten los. Der Meister sagt bei uns, dass es bereits zu spät sei. Die Macht des Geistes sei viel zu stark. Trotz der wundersamen Fähigkeiten der Animal-Laterne beginnen die Schüler, die diese Angriffe erlebt haben, zu bezweifeln, ob ihr Schutz von Dauer sein wird. Wahrscheinlich Kretze oder so. Beim Kerzen an Wachen verbrannt. Boah, voll knapp, ja. Irgendwie verbrannt. Ich versuch, ihn aus dieser Welt zu verbannen, doch unser Plan ging nach hinten los. Der Meister sagt bei uns, dass es zu spät sei. Trotz der wundersamen Fähigkeiten der Animal-Laterne beginnen die Schüler, die diese Angriffe erlebt haben, zu bezweifeln, ob ihr Schutz von Dauer sein wird. Wunderschönes Geist. Haben diese wehrten Formationen etwas zu tun mit dem? Und was ist diese Laterne, die sie über sprechen? Die haben die Mädels, die Laterne. Schau, was die alle für tolle weiße Turnschuhe haben. Doc, es gibt eine Tür hier. Aber es wird nicht öffnen. Schau um und lass mich sehen, ob es eine Art, die es öffnen ist. Echt jetzt? Warte, bleib doch einfach vor der Tür stehen. Ich gehe mich um, sehen, ob irgendwo ein sinnbefreiter Schalter ist. Der hier zum Beispiel. Siehst du, wie toll funktioniert. Jaja, wir sind natürlich jetzt getrennt. Ich muss jetzt meinen eigenen Kram hier erledigen. Jeder von uns. Zack, wo sind wir? Au. Ist das so ein, ist das so ein Kreis, den wir... Au. Leute, ich weiß, was das ist. Das hatten wir schon mal und das ist das, was wir gerade gelesen haben. Das ist dieser Kreis von wenn. Wenn du den auslöst, dann kann es den Geist kurz binden. Ich schwöre, wir werden jetzt auf den Geist treffen, den wir da immer kurz festhalten müssen. Aufgrund der hohen Menge Strom, die zum Öffnen der Notausgangstür benötigt werden, musst du diese Schritte befolgen. Schalten die Schalter an der Seitenwand ein, damit die elektrischen Türen zu den Bereichen A und B öffnen. Wiesel. Wiesel, Dankeschön für fünf verschenkte Subs an die Community. Glutis gehen raus, vielen, vielen lieben Dank für deinen Support. Warum aktivieren sich die Schutzsiegel, wenn wir näher kommen? Ne, ich habe geklickt. Ich habe geklickt, ich dachte, ich kann es antatschen. Also zuerst schalten die Schalter an der Seitenwand ein, damit sich die elektrischen Türen zu den Bereichen A und B öffnen. Schalte dann die Stromversorgung in den Bereichen A und B über die Kontrollräume aus. Konzentriere den Strom auf die Notausgangstür. Bestätige, dass alle anderen Stromkörner ausgeschaltet sind. Öffne dann die Notausgangstür über das Bedienfeld. Aus Komfortgründen für das gesamte Personal führen die Markierungen auf den Boden zu den Kontrollräumen für die Bereiche A und B. Boah, Chat, das merke ich mir nie. Also ich stehe jetzt hier. Da ist ein Raum. Und da. Aber ich komme da ja nicht einfach durch. Der Griff ist auf der anderen Seite. Ja, das ist es nämlich. Ich blätter das Papier. Disziplinen des Annanpalasts. Da diese Mission äußerst gefährlich ist, müssen Talismane an jedem Ort, an dem eine Begegnung mit dem bösen Geist möglich ist, ausgelegt werden. Auf diese Weise kann dein Seelentrio zur richtigen Zeit eine magische Formation aktivieren und dem bösen Dämon vorübergehend in die Schranken weisen, sodass du mit dem Segen der Götter womöglich überlebst. Das sind die Teile, ich sag's dir. Aber ich will es nicht alles aktivieren, nicht dass es dann weg ist. Der Griff ist auf der anderen Seite. Aber noch ist ja nicht jemand da. Quetsch dich da durch, komm schon. Ja, das haben wir doch gelesen. Ach komm, ich aktiviere das andere jetzt einfach auch. Oh, warte. Was ist jetzt passiert? Das kann ja nichts geändert haben. Nee. Also. Ich hab jetzt irgendwas angeschaltet. Sektor A, B, Door Control ist an. Ich hab nichts anderes zum Touchen, deswegen mach ich das jetzt. Auch wenn ich irgendwie glaube, dass das eine blöde Idee ist. Nee. Tut. . Nee. Ach, wifi. Was? Ich komme zu dir. Was? Mutter ist kaputt. Oh. Betäube die Militärausbilder mit einem Talisman, damit du entkommen kannst. Ja, toll. Ich wusste es. Ich wusste es, dass ich die umsonst angemacht habe. Nein! Was denkst du? Die Schule hat keine Regen? Oh Gott, ich hoffe das gefahren. Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist, die alle jetzt schon aufzubrauchen. Oh. Mist? Hey, Freshman. Still winning, eh? Ich bin ohne Schlaggen. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Der Leider wurde einfach in einem Geräusch und Aut大丈夫. Wir machen das. Ich bin sicher. Ich bin sicher. pin. Jetzt bin ich wieder das gleiche gelaufen. Ich denke, ich muss noch ein weiteres abstehen. Hey, freshman. Still running, eh? Nein! Nein, nein! What do you think? The school's got no rules? Oh, my God! Alter! 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 The groundwork! Stop right there. No one. Stop it. Enough of this nonsense. It was geschafft. Es gibt keinen anderen Weg raus! Hast du einen Spieletest mitzumachen? Keine wen, der sucht Leute. Luna, kommt drauf an, welches Spiel? Welche Art von Spiel? Also ich nehme nicht alle Spieletests an. Kommt drauf an, welche Art von Spiel. Aber kannst es mir gerne auf Discord oder Insta oder so mal schicken. Dann gucke ich es mir an. Wenn es ins Genre passt, sage ich mal so. Ich laufe einfach mal weiter. Wo ist eigentlich unser Bro? Der steht immer noch so blöd vor der Tür rum und denkt sich... Ah, warte. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Wollt ihr nicht hier immer geblieben? Alles klar. Lass uns einfach einen Weg raus finden. Aber diesmal anders. Horror, da würde ich anschreiben, wenn es okay ist. Er kann es besser erklären. Ja, gerne. Eine Steintafel, die die Beziehungen zwischen den fünf Elementen, die häufig im Feng Shui und in Geomantie-Formationen genuss werden, beschreibt. Holz besiegt Erde. Erde? Okay, okay, wir müssen nachdenken. Chat, wir müssen nachdenken. Holz besiegt Erde. Erde besiegt Wasser. Wasser. Wasser besiegt Feuer. Feuer besiegt Metall. Und Metall besiegt wiederum Holz. Holz, Erde, Erde, Wasser, Wasser, Feuer, Feuer, Metall, Metall, Holz. Easy. Wo muss ich es eingeben? Ich muss mir auch noch die Zeichen merken. Der Baum ist Holz. Holz, Erde, Erde, Wasser, Wasser, Feuer, Feuer, Metall, Metall, Holz. Baum, Berg, 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 Wasser, Wasser, Feuer, Feuer, Blume. Baum. Und wo stopfe ich es rein? Und wo ist es? Beim Berg? So oder? Berg? Berg? Wasser. 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 Feuer. Wasser. Und Feuer, Metall. Feuer, Metall und Metall wiederum kommt dann ins Holz. Ja, es war laut, Mann. Das ist ja der Böse. Das ist der Tag. Die kennen wir schon. Was ist das an der Schilder? Was bedeutet das, dass er böse ist? Er ist gerade voll der Erleuchtung, glaube ich. Darin ist der böse Geist gefangen. Diese Menschen und Formationen, sie sind... Oh, Scheiße. Ich muss es sagen, Rich. Okay. Ich rufe ihn an. Auch geil. Jetzt plötzlich so ein Anruf. Einfach so ein Telefonanruf. Ihr müsst aufpassen. Wenn das Siegel bricht, dann... Ach, Mist. Verbindung abgebrochen. Wie blöd. Im Jenseits. Schlechtes Netz. Im Jenseits ist Vodafone. Die Dinge werden über die Sekunden freundlicher. Wer der Böse ist dieser Mann? Schlecht. Autsch, was ist los? Leute, Mann. Anni, Hallöchen. Irgendwer will mich wirklich aufhalten, hier entlang zu gehen. Ja, schon klar. Was ist das, wenn der schwelle Geist, die Ahai über gesprochen hat? Scheiße! Hey, Mann! Wie oft würde ich in diesen Raum noch reingehen, gell? Rich! Guck mal. Deine Hand. Den haben die Hände angegrabscht. Und er löscht willkürlich irgendwelche Kerzen. Das hat eine Reihenfolge, Junge. Lass es los. Sie sind in der Schelle. Eine fette Schelle. Guck, am Bein haben sie ihn auch angegrabscht. Ja. Hey. Hey. Oh. Ich glaube, muss laufen. Katze! Noch ein Talisman. Nein, nein. Ich habe Talisman gemacht. Wo kam es? Du ist es? Oh, ja. Die Routen ändern sich, wenn du einem Poltergeist begegnen lässt. Die Miezi. Ich habe ein bisschen Dankeschön für die geschächten Tapparani. Hier, hurry up! Wo ist er eigentlich dahin geglitscht? Wo ist er eigentlich dahin geglitscht? Ich habe gedrückt! Hä? Warum geht es bei ihm nicht so gut wie mit dem anderen? Leute, was mache ich falsch? Da ist der Dude und dann fährt sich der Blutstampel zum Weg so. Hier komme ich nicht mehr vorbei. Da schickt mich ja dann sogar die Katze hin. Ah. Igitt. Was? Oha. Der ist aber schnell. Aber ich kann nicht schneller laufen als das, was gerade passiert. Ein Talisman. Aiin. Schnauul! Schon wieder in dem Raum. Jetzt sind wir alle in dem Raum. Ja genau, jetzt können wir nicht flirten. Und jetzt renn dann. Lauf, die halte die Tür auf. Doch! Rich! Wo ist Rich? Oh! Rich! 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 Seid ihr reingelaufen? Oh mein Gott, sie ist noch reingelaufen. Ah Hai ist noch reingelaufen. Glaubt ihr, ich habe es falsch gemacht jetzt, weil er tot ist? Tor des Chaos. Unter dem Daren-Gebäude befindet sich ein Ort, an dem Jin und Jan zusammenlaufen. Beide existieren gleichzeitig im Tor des Chaos. Daher ist dies eine Schlüsselposition, die das Reich von Jin und Jan verbindet. Niemand weiß, was sich hinter dem Tor verbirgt. Ach, das ist wie er sie drückt. Ja und er trägt sie da jetzt raus. Ist immer so? Okay. Schau mal, er lässt da seine Frau zurück, um sie rauszubringen. Und dann... Ne, jetzt... Ach, er hat sie jetzt rausgetragen. Das ist jetzt die Ah Hai. Ah... Rich! Der Junge? Ah... Ich werde ihn finden. Es muss einen Weg geben. Ah Hai! Der Seel hat sich verletzt. Jan Schuwen hat nichts zu beutachten. Wenn es das Kind war, könnte er... Jan Schuwen finden uns später oder später. Wir haben nicht viel Zeit. Jan Schuwen... Wie sind wir wirklich wieder weg? Kannst du sogar noch nicht weg? Was ist jemand anderes? Sarge! Why aren't you doing anything? Why? Ugh... Sarge, is there nothing we can do? Don't think about that. This isn't your responsibility. Sarge, if there's anything... Anything at all... I said stop! You'll die. It's not as easy as you think. It's not as easy as you think. Ah Hai. I know you're confused. I know you want to get revenge for that boy. Wait until your mind settles and you calm down. When you got things in order... Come find me. ... Hier haben sich alle irgendwie... Da... Die sind irgendwie... Gebrannt Mark, würde ich fast sagen. Schau, wie das raucht. Da. Soll ich hin? 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 You guys take care of yourselves. Don't worry about me. Ah Hai? Ah Hai! Sorry. Also, wir sind Ah Hai und weil wir doch die... Wir haben ja die gespielt. Ähm, die Yu. Und deswegen haben wir jetzt quasi das nochmal durchlebt. So hätte ich es irgendwie verstanden. Und er hat uns nochmal rausgetragen. So wie er damals die Yu auch rausgetragen hat. Aber Rich... Richie ist gestorben. Er hat sich geopfert. Guck mal, da wartet er auf uns schon. Er so warte... Beruhige dich erstmal und dann komm. Wir so... Okay, ich hab kurz telefoniert. Mir geht's besser. Bin ready. Ja. Let's go. Wir versuchen jetzt zusammen, das wieder hinzukriegen. Es gibt vielleicht einen Weg, den... Jan aufzuhalten. Unsere Hand, ja. Das ist B3. Ich geh vor, okay. Das ist die Xing Xing. Die da? Nein. 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 Oh, guck mal. Seine Frau hat sie umgebracht. Die Halslösung. Er hat gesagt, wir sind tot. Er hat gesagt, wir werden sterben. Vielleicht an dem Zeug, was wir da jetzt haben. An den Händen. Er war mit ihr da auch schon unten. Ich hätte es besser machen sollen. Nein. Ich schwöre, wir fallen hier gleich runter. Ting Ting war das, genau. Rette mich, rette uns, sagt sie. Ihr Geist. Schmierpapier. Schmierpapier. Der Meister opferte sich, um den bösen Geist zu versiegeln. Jemand muss die letzten Schritt gehen, um... Aber niemand weiß, was sich hinter der Tür befindet. Der Meister sagte, wir müssten nach Öffnen des Tores... Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen die Uni beschwören, uns bei der Stärkung des Siegels zu helfen und beten, dass das genügt. Der Meister opferte sich, um den bösen Geist zu versiegeln. Jemand muss den letzten Schritt gehen. Er sagte, wir müssen nach Öffnen des Tores... Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen die Uni beschwören, uns bei der Stärkung des Siegels zu helfen und beten. Also, die haben schon die ganze Zeit versucht, diesen Bösen da irgendwie loszuwerden. Das wieder gut zu machen. Ja, echt, kein Problem. Ich helfe dir da. Sag nur wie. Sag mir wie. Ich erledige das. Erstmal laufe ich hier im B3 rum. Folgt mir eigentlich mein Dude? Ja, Kumpel ist am Stössl. Durch einen Kreis von Wu sollte dieses Siegel einige Zeit halten. Dennoch beten wir, dass jemand die Tür öffnen kann, bevor das Siegel verschwindet. Ja, das hoffe ich auch. Es heißt, wenn du dem Eintreten geradeaus gehst und ein Licht trägst, die chaotische Mischung aus Sin und Yang blockiert werden kann. Es heißt, wenn du dem Eintreten geradeaus gehst und ein Licht trägst, die chaotische Mischung aus Sin und Yang blockiert werden kann. Sobald eine ähnliche Tür gefunden wird, kehrst du womöglich zurück, aber niemand kann das mit Sicherheit sagen. Sehr verwirrend, diese Dinge, die da von mir verlangt werden. Ich schätze mal, da soll ich wieder die Lampe draufstellen. Geht nicht. Hier gehört sicher etwas hin, sagt sie. Na toll, habe ich auf dem Weg jetzt was nicht dabei gehabt oder so? Ich habe halt nur einen Talisman. Hier gehört sicher etwas hin. Ach komm, das muss doch hier wo sein. Hier das da. Nimm doch das. Das passt doch da rein. Oder? Hä? Was habe ich verpasst? Hier glitzert es doch. Aber es reagiert nicht auf meine Laterne. Warum reagiert es nicht auf meine Laterne? Ah. Beim Anleuchten. Ah, habe die Skulptur gefunden. Danke. Okay. So. Okay. Okay. Bisschen kompliziert. Me任. Alles, was? Es kann sich nur um Stunden handeln. Ich habe ja noch nicht mal das Zeichen so rausgefunden. Das sollte Sian sein. Also ich weiß schon, ich will dieses Yin-Zeichen, aber ich sehe es ja noch nicht mal. Boah, ich sehe gerade echt nicht, was man von mir will. Schaffst du? Okay, ich habe es schon mal. Ich muss es nur ein bisschen drehen. Oh Gott. Nicht? Mann! Wie denn sonst? Untertitelung des ZDF, 2020 Außen der Kreis ist nicht rund. Das kann doch nicht sein. Ich muss noch mal kurz... Ich muss noch mal anfangen. Ich muss noch mal anfangen. Besser passt es nicht. Ich stehe halt auch schlecht. Ich versuche schon die ganze Zeit, das irgendwie trotzdem hinzudrehen. Oder ich soll es halt doch irgendwie so machen, wie es unten wäre. Also das. Okay. Absolut. Hehehe. Mann! Okay, gehen wir da rein? Cool. Sieht voll aus wie ein Ultraschall, ja. Hab ich mir auch gedacht. Yin und Yang sind von der gleichen Grund. Einer kann nicht ohne den anderen existieren. Wir werden die Tür zusammen öffnen. Erinnere dich. Halt die Lantern und lasst nicht, egal was. Okay. Okay. Meine Hand qualmt zwar schon, aber geht klar. Alrighty. Frisch das. Weil ich aus der Welt der Lebenden bin und er aus der Welt der Toten. Können wir es zusammen vielleicht machen? Also so hätte ich jetzt verstanden. Es muss immer aus beiden Welten sein. Immer Yin und Yang. Ich touch es mal an. Fehlt etwas. Es kann ja nur hier irgendwo rumliegen. Ich geh mich mal umschauen. Da ist nix. Nee, nix. Lauf, Mädel, lauf. Ein bisschen schneller. Alter, Mann! Boah, schreck mich doch nicht so. Oh. Ja. Das fällt dir jetzt ein? Ich geh da direkt durch. Geil. Warum bin ich... Warum hab ich nicht der Typ gesagt, ich soll warten, oder? Was soll ich machen? Öffne das Siegel des Reliks. Was? Hi. Ich will euch ja echt nur ungern stören, Leute. Oh. Äh. Wie ist denn das jetzt passiert? Kannst du hüpfen? Nein? Wie schreien mich die Kleinen? Geil, wo müssen wir hin? Von welcher Tür spricht sie? Ich weiß nicht genau, was ich da mache. Aber ich tue es einfach. Ich bin unser Fisch, da gilt es nicht. Schnauze! Ich bin unterm Tisch, da gilt es nicht. Bei ihm schon. Mann, die anderen haben es immer okay gefunden, wenn ich unterm Tisch war. Ich bin ein Schmuggel! Der Schatten hört, wenn du rennst. Hä? Ich weiß gerade gar nicht, was ich tun soll. Öffne das Siegel des Relikts. Ich weiß nicht genau. Er hat meine Ehre genommen, ja? Jetzt ist er schon wieder am Start. Also, ich weiß nicht, was ich... Halt's mal! Die kleinen Arschgeigen! Lande! Nicht hauen! Ah! Jetzt habe ich's. Erhalte das Relikt. So, geht mir aus dem Weg. Was ist das? Auge von Ditting? Ein Augapfel aus steinvoller mysteriöser Energie. Die sieht aus, als würde er in die Ditting-Statue auf dem Tor des Chaos passen. Ditting dient als Pferd des Botisata, der Unterwelt, Ksitigabra, Garpa. Der Legende zur Folge kann es das Gute vom Bösen und Weisheit von Torheit unterscheiden. Okay, cool. Eins. Check. Wo ist der Brudi? Ich dachte, der wollte sich kümmern. Boah, ey. Also, eins habe ich schon mal. Ich glaube, ich humple schon. Eins fehlt noch. Okay, wir müssen nochmal durch so'n Ding gehen. Aber dann... Ja, genau. Jetzt ist hier offen, oder? Es war vorher nicht offen. Lampe! Hier hat die Lampe losgelassen! Oh! Ja! Ah! Selbst die Laterne steht unter dem Einfluss. Was? Was? Nein, ich musste da jetzt warten! Oh, come on! Noo! Ich hätte mich doch wirklich sollen. Ich hätte mich doch nicht. Voll knapp. Voll knapp. Sein Herz! Was passiert, wenn das Herzstück in den Mund gesteckt wird? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Spring! Spring! Gut! Dann nehmen wir seinen Eingang! Bitte, jetzt! Boah. Okay. Okay, okay. Seht ihr mal, unsere Hand wird immer schlimmer. Ich glaube, mit jedem Mal, wenn man die Laterne benutzt, verbrennst du ein Stück mit. Ist so mein Eindruck. Obwohl, aber der Ritchie, der hatte das auch und er hatte die Laterne nicht. Warte, ich hab's! Was hast du eigentlich gemacht, während ich hier das Herz besorgt habe, Mann? Und das Auge. Erst mal einstecken, eklat. Oh, guck mal, ein Herz. Der Weine rauchen ja. Ha, ha, ha. Ist es vorbei? Ich weiß nicht. Es wird eingesaugt. Das Tor des Dyson. Was ist passiert? Weil er die Laterne auch rein muss. Wie komme ich hier raus? Er opfert sich. Er opfert sich. Oh, echt? Oh, echt? Juga Dyson. Jetzt verschwindet er. Wir gestern. Unverzüglich abreisen. Okay, ciao. Guter. Guter. Also ich glaube, er hat sich geopfert. Ich glaube, er hat sich am Ende geopfert, um das jetzt noch zu schließen. Also wir haben das wieder aufgemacht, das Tor, und haben den dann da reingeschickt. Dyson saugen lassen. Und der Security-Mann hat sich geopfert. Sehr, sehr geile Spiele. Ich hoffe, dass sie auch einen dritten Teil rausbringen. Es ist sie mit dem Armband. Hello? Hey, hi. The screening room's ready. I'll wait for you there. Okay. Mhm. Ich würde zwar nie wieder einen Fuß in die Uni setzen. Oh mein Gott, was spielen wir hier? Was spielen wir im Vorführraum treffen? Also sie hat jetzt an seinem Schreibtisch Drehbuch der spektrale Surgeon geschrieben. Yu Hai Li überarbeitet die Geschichte von Surgeon Huang und seiner Frau, die als heilslose Gemahlin bekannt wurde für das nächste Projekt des Filmclubs. Sie hoffte, all dem zu gedenken, was in der Wenhua Universität geschehen ist. Also jetzt quasi für ihn das jetzt umgeschrieben und will seine Geschichte ein bisschen spielen. Wo ist der Vorführraum? N. Oben. 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 Hundi. Ich habe ihn gehört. Aber ich habe nichts mehr. Oh, blutiges Amulett. Sehr gut. Ah ja, genau. Okay, wir gehen jetzt nochmal in den Vorführraum und kriegen vielleicht eine Idee, was im dritten Teil auf uns wartet. Okay. 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 Hey, director. The film was a bigger hit than you even expected. If only we could celebrate it together. Thank you. What are you doing here? Doc told me. Plus, I was planning on coming anyway. Okay. Must be hard to deal with. Everyone thinking Rich just disappeared and all. We're about to start. Okay. Okay. We're about to start. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020